Wir spielten ein unheimliches Brettspiel und auf einmal wurde der Horror real. Sukari, das furchterregendste Brettspiel aller Zeiten, stand in silbernen Buchstaben auf der schmalen schwarzen Schachtel. Es war mein 21. Geburtstag, meine Eltern waren verreist und ich hatte meine beiden besten Freunde, Brian und Alice, eingeladen, um mit ihnen abzuhängen. Wir hatten uns Drinks zubereitet, zwei alte Horrorfilme gesehen und jetzt waren die Geschenke dran. Sieht gruselig aus. Ist das sowas wie Betrayal at House on the Hill? fragte ich und entfernte die durchsichtige Folie, die den Karton umgab. Hm, nee, eher wie Jumanji, antwortete Brian und nahm einen Schluck der aufgepeppen Limonade. Ich klappte den Deckel der Schachtel auf. Darin befand sich ein gefaltetes Spielbrett, ein Kartendeck, ein Würfel und ein kleines Tütchen mit metallenen Spielfigürchen. Vorsichtig entfaltete ich das Spielbrett und, ja, ich musste zugeben, dass es wirklich gruselig aussah. Es zeigte einen dunklen Wald mit hoch aufragenden, knorrigen Bäumen und einem Pfad aus Spielfeldern, der sich durch den unheimlichen Hain schlängelte, um an einer kleinen Hütte zu münden. Ist eigentlich ein ziemlich simples Spiel. Wirf einen Würfel, gehe so oder so viele Felder weiter, ziehe eine Karte, tu, was die Karte dir sagt. Äh, ach ja, und das Spiel endet erst, wenn jemand die Hütte erreicht hat. Brian zeigte mit seinem Wurstfinger auf die Zeichnung der Hütte an der rechten Seite des Spielfeldes, deren Fenster gelb leuchteten. Ich zog die Spielfigürchen eine nach der anderen heraus, Metallkugel mit einem kleinen Klecks Farbe obendrauf. Ich nahm die rote, Alice die grüne und Brian die violette. Wir legten alle drei auf das Startfeld. Das Geburtstagskind fängt an, schmunzelte Brian und reichte mir den Würfel. Ich nahm ihn, schüttelte ihn in meinen Händen und ließ ihn fallen. Drei. Ich hob meine Spielfigur an und zog sie drei Felder weiter. Dann griff ich nach dem Stapel und zog eine Karte. Jemand oder etwas beobachtet dich. Geh zwei Felder zurück. Ich hob meinen Arm, um die Spielfigur anzuheben, und hielt inne. Äh, alles gut, Karl? fragte Alice. Ja, äh, ich dachte nur... Ich drehte mich um und schaute in Richtung Küche. Ich hätte schwören können, dass... Äh, ich weiß nicht. Es fühlte sich fast wie ein leichter Luftzug in meinem Nacken an. Äh, keine Ahnung. Ich lächelte und schüttelte den Kopf. Du bist dran, sagte ich und reichte Alice den Würfel. Okay, erwiderte er zögernd und griff nach dem Würfel. Fünf. Er bewegte seine Spielfigur um fünf Felder und zog dann eine Karte. Du findest wilde Hinbeeren. Geh ein Feld vor. Schelmisch lächelnd rückte er ein Feld auf dem Spielbrett vor und setzte somit sein Figürchen in die Mitte einer dunklen Lichtung mit einem kleinen schimmernden Teich. Und jetzt du, sagte ich zu Brian. Er würfelte eine zwei, zog eine Karte und las sie laut vor. Düstere Wolken schieben sich vor den Mond. Es ist zu dunkel, um etwas zu sehen. Geh ein Feld zurück. Genau in diesem Moment flackerte das Licht und erlosch. Alter, das ist schon unheimlich, hörte ich Brian in der Dunkelheit flüstern. Soll es heute Nacht gewittern oder so? fragte Alice mit einem Hauch von Angst in der Stimme. Ich spürte, wie sich seine Hand in der Dunkelheit an meiner Schulter festklammerte. Oder könnte jemand den Strom abgestellt haben? Könnte sein. Vielleicht ein verrückter Axtmörder? kam es aus Brian, während er sich hörbar ein Lachen verkniff. Naja, ich höre kein Regen, kein Wind, es sonnert auch nicht und wir sind drei unsportliche Nerds. Alice stieß einen zittrigen Atmer aus. Bist du denn sicher, Karl, dass alle Türen verriegelt sind? Ja, bin ich. Es ist alles in Ordnung, antwortete ich und klopfte ihn beruhigend auf seine Hand, die noch immer auf meiner Schulter ruhte. Wir haben hier ständig Stromausfälle. Die Verkabelung hier draußen ist einfach beschissen. Hat einer von euch sein Handy dabei? Ich habe meins oben gelassen. Ja, klar, meinte Brian und kramte in seiner Gesäßtasche. Doch noch bevor er die Funzel einschalten konnte, spürte ich es. Eine kühle Brise. Sie strich um meinen Nacken und durch mein Haar. Aber dieser Luftzug fühlte sich irgendwie sonderbar an. Schwer. Kühl. Feucht. Ein erdiger Geruch erfüllte meine Nasenlöcher mit einem Hauch von Verwesung. Riecht ihr das auch? fragte ich. Ja, es riecht, als wäre etwas gestorben, antwortete Alice und klang jetzt noch verängstigter. Doch bevor wir uns da vollends hineinsteigern konnten, blitzte weißes Licht durch den Raum. Das helle Licht von Brians Taschenlampe tauchte die Umgebung in ein kaltes Weiß. Schwarze Schatten erstreckten sich hinter uns und unsere Gesichter nahmen ein ungesund, blasses, unheimliches Aussehen an. Mit schwarzen Schatten, die sich in jedes Grübchen und jede noch so feine Falte bohrten. Ich blickte zur Seite und mein Atem blieb mir im Hals stecken. Alice' Hand ruhte gar nicht auf meiner Schulter. Seine Hände hatte er fest in seinem Schoß verschränkt. Äh, Alice, hattest du mich eben an der Schulter gehalten? Also vor ein paar Sekunden noch? Nein, warum? Brian, er schüllte den Kopf. Du, das ist doch ein Scherz, oder? Verdattert schaute ich sie abwechselnd an und suchte nach einem Anflug von Lächeln. Ich habe doch gespürt, dass mir jemand die Hand auf die Schulter gelegt hat. Das, das ist nicht lustig, Leute. Mein Herz stampfte in meiner Brust. Ich atmete langsam tief ein. Ein weiterer Atemzug dieser feuchten, erdigen Luft. Wir haben dir nicht auf die Schulter gepatscht, okay? Oje, beruhig dich, sagte Brian. Irgendjemand hat mir seine beschissene Hand auf die Schulter gelegt. Alice' Augen wurden groß. Vielleicht, vielleicht ist wirklich jemand eingebrochen. Ihr zwei seid so leicht zu erschrecken, das ist ja lächerlich. Brian rollte mit den Augen und reichte mir den Würfel. Du bist dran. Ich nahm ihn und ein Kloß bildete sich in meinem Hals. Es musste Brian gewesen sein. Ja, er liebte es, Leute zu erschrecken, zu ärgern, sie auf die Palme zu bringen. Erzählte Geschichten im Stile eines Baron von Münchhausens und drückte sich selbstständig in den Mittelpunkt. Ja, Brian, du Arsch. Nun, diese Genugtuung würde ich dir nicht geben. Ich setzte eine tapfere Mine auf, nahm den Würfel und würfelte. Ich bewegte meine Figur und zog dann langsam eine Karte vom Stapel. Du findest einen verehrten Wanderer. Geh drei Plätze zurück, las ich verwirrt. Check ich nicht. Was ist daran schlecht, einen Wanderer zu finden? Und dann hörten wir es. Ein leises, schlurfendes Geräusch, das aus der Küche kam. Jeder Muskel in meinem Körper erstarrte. Hast du das gehört? Flüsterte ich. Alice nickte mir zu. Ich sah die Angst in seinen Augen. Mit bleischweren Gliedern zwang ich mich aufzustehen und begann in Richtung Küche zu stapfen. Es war stockdunkel. Das Licht von Brians Telefon reichte nicht bis zu der gierigen Dunkelheit, die die Küche umgab. Ich zwang meine Füße vorwärts, bis ich am Eingang der Küche stand und lauschte mit angehaltenem Atem. Ich dachte und hoffte, mich würde dort nur einsame Stille erwarten, dass das schlurfende Geräusch nur eine Einbildung war. Aber stattdessen hörte ich ein leises, rhythmisches Atmen. Hallo? Ich rufe die Polizei, rief ich. Ein Licht hinter mir. Es war Brian mit seinem Handylicht. Er leuchtete in die Küche und ich erstarrte wie vom Blitz getroffen. In der Dunkelheit, in der Mitte der Küche, stand ein Mann mit dem Rücken zu uns. Er trug Wanderkleidung. Etwas Dunkles, das aussah wie Blut, bedeckte seine nackten Beine. Währenddessen waren meine Beine kurz davor nachzugeben. Ich klammerte mich an den Türrahmen. Geht es Ihnen gut? Ich blickte zurück und sah Brian und Alice hinter mir. Sie sahen nicht verängstigt aus. Allenfalls verwirrt. Ich drehte mich erneut um, aber jetzt war die Küche leer. Habt ihr den Mann gesehen? Was? Nein, ich habe nichts gesehen, sagte Alice. Ich rannte wie von der Tarantel gestochen durch das Haus. Brian und Alice direkt hinter mir. Alle Türen waren noch verschlossen. Ich öffnete die Speisekammer und schaute unter das Sofa. Hier unten war niemand. Und ich hatte definitiv niemanden die Treppe hinaufgehen hören. Vielleicht hat mir meine Einbildung nur einen Streich gespielt. Ja, das musste es sein. Was auch sonst. Irgendwelche Umrisse im Zwielicht der Küche haben meine Fantasie angespornt und mir einen Windelvollmacher auf dem Silbertablett serviert. Ja, Brians Streich hatte mich ganz schön aus dem Konzept gebracht. Schließlich setzten wir uns wieder an das Spielbrett. Bist du sicher, dass du weiterspielen willst? fragte Brian, ein süffisantes Lächeln unterdrückend. Ich hasste diesen Tonfall, als ob er mit einem verängstigten kleinen Kind sprechen würde. Natürlich will ich weiterspielen. Warum auch nicht? Naja, du wirkst ein bisschen... nervös. Nun kam doch das eklige, süffisante Grinsen zum Vorschein. Manchmal war Brian echt ein Dreckskerl. Ich schnappte mir den Würfel und reichte ihn Alice. Du bist dran. Er blickte kurz unsicher zwischen uns hin und her. Dann nahm er zögerlich den Würfel. Eins, sagte er und bewegte seine Spielfigur Einfeld vor. Dann zog er eine Karte. Während du im Teich schwimmst, spürst du, wie etwas deine Knöchel packt. Gehe Einfeld zurück. Alice tat, wie ihm geheißen. Tropf. In der Stille wirkte es ohrenbetäubend laut. Wir drei drehten unsere Köpfe gegen Flur. Tröpfeln. Ein Wasser antropfte. Was manchmal passierte, wenn der Strom ausfiel? Die alte elektrische Pumpe für das Wasser hatte ihre besten Tage bereits hinter sich. Ich gehe schon, sagte ich, hiefte mich hoch und trat in den dunklen Flur. Brian und Alice folgten mir, wobei der Schein des Handylichts an den dunklen Wänden abprallte. Es hörte sich nicht so an, als käme es aus der Küche. Also streckte ich meinen Kopf in das Badezimmer im Flur. Auch dort kam es nicht her. Also gab es nur eine Möglichkeit. Das Bad meiner Eltern. Ihr Schlafzimmer war im ersten Stock. Ich nahm die Treppe und Brian und Alice trotteten mir hinterher. Das Tröpfeln wurde lauter. Ich schwang die Tür zum Badezimmer auf. Es tropfte, tropfte und tropfte. Es kam von der Badewanne. Ich ging langsam hinüber, zog den Duschvorhang zurück und erstarrte. Die Badewanne war voll mit Wasser. Es glitzerte in der Dunkelheit, während Brians Handylicht auf der Wasseroberfläche tanzte. Meine Mutter muss vergessen haben, das Wasser abzulassen, sagte ich und starrte auf die dunkle Flüssigkeit. Aber tief in mir wusste ich, dass das nicht stimmen konnte. Meine Mutter benutzte sämtliche Arten von Bade, Schäumen, Bade, Träumen und duftenden Seifen. Das Wasser hier war geruchlos und kristallklar. Ich ging auf die Knie, tauchte meine Hand ins Wasser und griff nach dem Stöpsel. Es war eiskalt. Ich zog unwillkürlich eine Grimasse, als ich meine Hand weiter eintauchte und nach dem kleinen Ring am Stöpsel griff, um ihn herauszuziehen. Die Eiseskälte fühlte sich wie kleine Messerstiche auf meiner Haut an. Einfach unangenehm. Ich beugte mich noch weiter vor. Nein! Alice packte mich an der Schulter und zog mich zurück. Ich rollte zurück auf die Kacheln und eiskaltes Wasser tropfte meinen Arm hinunter. Da, da war etwas drin, keuchte er. Seine Lippen beten, als er auf die Badewanne starrte. Wovon zum Teufel redest du? fragte Brian. Ich habe etwas gesehen, okay? Schoss Alice zurück mit einem Biss in der Stimme, den ich bei ihm noch nie gehört hatte. Vergiss ja nicht mehr zu unterstellen, ich hätte mir das nur eingebildet. Da war etwas, etwas Dunkles. Es bewegte sich unter dem Wasser. Es sah aus, als würde es direkt auf Karl und mich zuschwimmen. Okay, okay. Brian hob seine Hände zur Kapitulation. Ich werde mich nicht mit dir streiten. Lass uns einfach zurückgehen, okay? Er trat über mich hinweg, griff nach unten und zog schnell den Stöpsel aus der Badewanne. Ein kleiner Tornado erschien in dem Nass, gefolgt von dem Geräusch von Wasser, das durch die Rohre rauschte und gurgelte. Dann trat er aus dem Bad. Alice und ich folgten ihm. Aber als ich aus dem Bad trat, hätte ich schwören können, eine Bewegung hinter mir gehört zu haben. Kerl, du bist dran, sagte Brian und setzte sich auf den Teppich. Auch ich setzte mich und beäugte meine Gäste einen Augenblick. Dann nahm ich den Würfel, schüttelte ihn und warf ihn. Ich bewegte meine Spielfigur, nahm eine Karte vom Stapel und las sie laut vor. Bei der Jagd nach Nahrung hast du das falsche Ziel getroffen, du verlierst eine Runde. Spitz! Etwas Dunkles und Nasses platschte in die Mitte des Spielbretts. Was ist das? fragte Brian. Zum ersten Mal klang auch er verängstigt. Ich neigte langsam meinen Kopf nach oben. Da war ein dunkler, triefender Fleck an der Decke. Mit jeder Sekunde wurde er größer, als ob etwas oben, direkt über uns, schnell in den Boden bluten würde. Ich packte Alice am Ärmel und starrte auf den Fleck, zu verängstig, um mich zu bewegen. Wir müssen hier raus! Klack. Brian hatte unwillkürlich gewürfelt. Mit angehaltenem Atem schnappte er sich eine Karte, die ihm umgehend aus den zittrigen Händen glitt, auf das Brett fiel und sich mit Blut vollsaugte. Ja, Blut. Diese verdammte Flüssigkeit sah aus wie Blut. Die Pilze waren giftig. Geh zurück zum Anfang, zitierte Brian die Karte mit zittriger Stimme. Und dann begann er zu würgen. Schreckliche würgende Hustenanfälle erfüllten den Raum, während er zur Seite fiel. Er kroch vorwärts über den Teppich und begann sich zu erbrechen. Ruf den Notarzt! schrie ich Alice an, während ich Brian an den Schultern packte und versuchte ihn aufrechtzuhalten, damit er nicht an seinem Erbrochenen erstickte. Alice zückte sein Handy. Kein Empfang! rief er und fuhr mit den Fingern hektisch über den Bildschirm. Kein Empfang! Brians Körper krümmte sich in meinen Armen, als er sich erneut übergab. Das Erbrochene verteilte sich auf dem Teppich und war mit Blut durchsetzt. Und dann war es still. Oh mein Gott! Brian? Brian! Ich schnappte mir sein Telefon und begann den Notruf zu wählen, wobei das Handylicht durch den ganzen Raum hüpfte. Aber Alice hatte recht. Der Anruf wurde nicht einmal verbunden. Kein Netz. Alice kam mir zu Hilfe. Gemeinsam packten wir ihn unter die Arme und begannen ihn hochzuhieven. Du wirst schon wieder. Versuch dich einen ruhigen Ton anzuschlagen. Wir werden dich ins Krankenhaus bringen und… Wir müssen weiterspielen. Flüsterte er schwach und blutiges Erbrochenes tropfte an seinem Kinn herunter. Wir müssen die Hütte erreichen. Okay, wir spielen weiter, sagte ich mit ruhiger Stimme und tauschte einen Blick mit Alice aus. Aber zuerst werden wir dich untersuchen lassen. Hör mir zu! Reins Stimme bebte. Alice und ich erstarrten. Wir müssen weiterspielen. Wir müssen die Hütte erreichen. Er riss sich von uns los, schwer atmend und auf wackeligen Beinen. Das ist nicht nur ein Spiel. Sir Curry ist… ist… ist der letzte Scheißdreck. Ich habe es nur hierhergebracht, weil Dave mich dazu gezwungen hat. Er hat mir Prügel angedroht, wenn ich es nicht getan hätte. Ein weiterer Tropfen der dunklen Flüssigkeit spritzte auf das Spielbreit. Wenn wir die Hütte nicht erreichen, wenn wir das Spiel nicht beenden, sterben wir alle. Schweratmend ließ er sich auf den Teppich sinken. Dann griff er mit seiner zitternden, mit Kotze beschmierten Hand nach dem Würfel. Karl, du bist dran, sagte er entschlossen und hielt mir den Würfel entgegen. Ich hielt Inner und starrte auf seine Hand. Dann schüttelte ich den Kopf. Ich weiß nicht, was zum Teufel hier los ist, aber ich bin raus. Und damit machte ich auf dem Absatz kehrt und marschierte geradewegs auf die Haustür zu. Eigentlich sollte mich mittlerweile nichts mehr überraschen. Aber sie ließ sich nicht öffnen. Was zum Teufel? Ich zerrte mit aller Kraft an der widerspenstigen Tür. Sie rührte sich nicht. Nicht einen Nanometer. Mit einem wütenden Schrei schnappte ich mir die teure Vase meiner Mutter und warf sie gegen das Fenster. Sie zersplitterte in Millionen Stücke. Aber das Fenster zitterte nicht einmal. Die Glasscheibe verharrte stoisch in ihrer Position. Vielleicht sollten wir das Spiel einfach zu Ende spielen. Ich wirbelte herum und sah Alice hinter mir stehen. Bitte, Karl, flüsterte er. Ich will nicht sterben. Wir werden nicht sterben. Das ist nur ein Prank oder so. Irgendjemand will uns hier verarschen. Und warum lässt sich dann die Tür nicht öffnen? Warum geht die Scheibe nicht kaputt? Warum können wir niemanden anrufen? Ich starrte auf die Tür und hatte das Gefühl, als würde irgendetwas ganz tief in mir zerbrechen. Dann ging ich langsam und resigniert zurück. Der Geruch der Verwesung hatte sich eindeutig verstärkt. Feuchte, kalte Luft klebte an meiner Haut. Ich trat in das Zimmer und knirsch. Etwas, was eigentlich nicht da sein sollte, war unter meinen Füßen. Ich schaute nach unten und sah ein paar getrocknete Blätter, die auf dem Teppich lagen. Und dann bemerkte ich, dass der ganze Raum sich verändert hatte. Ein blasser, gelber Mond hing vor dem Fenster, obwohl er um diese Zeit eigentlich schon hoch am Himmel stehen müsste. Eine grüne Flechte blühte auf den rauen, grauen Polstern des Sofas. Die Fenster wurden von Efeuranken flankiert und das Gewirr der Kabel, die zum Fernseher führten, war mit dicken Wurzeln durchzogen. Ich schluckte und setzte mich gegenüber von Brian. Ohne ein Wort zu sagen, nahm ich den Würfel, ließ ihn fallen und zog meine Karte. Ich stieß einen Seufzer der Erleichterung aus. Du überquerst einen Bach und hältst an, um zu trinken. Geh zwei Felder vorwärts. Ich schob meine Spielfigur vor und reichte Alice den Würfel. Ich konnte spüren, wie seine Hand zitterte, als er ihn entgegennahm. Klack. Alice' Augen weiteten sich, als er die Karte anstarrte. Er öffnete den Mund, aber es kamen keine Worte heraus. Nur ein schreckliches, ersticktes Geräusch. Und dann hörte ich es. Ein Geräusch, das ich nur ein einziges Mal in meinem Leben gehört habe. Vor mehr als einem Jahrzehnt. Aber ich weiß es noch, als wäre es erst gestern gewesen. Es erfüllte mich mit absolutem Schrecken. Ein leises, rasselndes, zischelndes Geräusch. Es kam aus der Ecke des Zimmers. Alice drehte seine Karte langsam um und ich konnte lesen, was dort geschrieben stand. Klapperschlangenangriff. Zurück zum Anfang. Ein bedächtiges, schlurfendes Geräusch heilte bedrohlich durch den Raum. Alice wich zurück und kletterte auf das Sofa. Ich blickte ins Zwielicht auf den Teppich und versuchte, die genaue Position der Schlange auszumachen. Nein, das, was sich für einen Teppich hielt, war gar kein Teppich mehr. Es war... Es war nicht mehr als Matsch bedeckt mit verrottenen, feuchten Blättern. Verschlungene Wurzeln und Felsbrocken tummelten sich auf dem Blättermeer. Das sturfende Geräusch wurde lauter. Ich erstarrte und blickte in Richtung des Geräusches. Karl, wirkte Brian hervor. Du musst das Spiel zu Ende spielen. Ich warf einen Blick auf das Spielbrett. Ich war noch sieben Felder von der Hütte entfernt. Mit viel Glück könnte ich die Hütte in zwei Zügen erreichen. Ich schnappte mir den Würfel. Er war klebrig und färbte meine Finger rot. Ich ließ ihn los und er purzelte über das verfluchte Spielfeld. Drei. Mist. Ich würde eine fünf oder sechs Würfel müssen, um es in der nächsten Runde zu schaffen. Ich schnappte mir eine Karte vom Stapel und das ganze Blut wich aus meinem Gesicht. Es ist hinter dir. Geh ein Feld zurück. Sofort spürte ich warmen Atem in meinem Nacken. Ich kniff die Augen zusammen und versuchte mir nicht vorzustellen, was es war. Aber ich sah einen Schatten in meinem periferen Blickfeld, der sich hinter mir auszubreiten schien. Ein Schatten mit langen, spindeldürren Armen, die nach mir griffen. Ein rasselndes Geräusch rüttelte mich wieder wach. Es war laut, vielleicht zwei, drei Yards von mir entfernt. Alice war in die Couch geknautscht und heulte wie ein Schloss und Brian würgte. Ich packte den Würfel, schüttelte ihn und ließ ihn fallen. Sechs. Erleichterung durchflutete mich. Ich schnappte mir meine rote Spielfigur und ließ sie auf die Hütte fallen. Klack. Ich sah auf zu Alice, der mich zitternd anstarrte und zu Brian, der blass und zitternd auf dem Boden lag. Aber sie waren am Leben. Und ansonsten herrschte nur absolute Stille. Wir sprachen nie wieder über Sukkari. In den folgenden Monaten lebten Brian, Alice und ich uns auseinander. Nach dem Schulabschluss ging Alice an ein entferntes College. Brian verließ seine Freundin und nahm einen Job in einer anderen Stadt an. Ich blieb hier und wohnte bei meinen Eltern, während ich in der IT-Firma weiterarbeitete, bei der ich ein Praktikum absolviert hatte. Aber in den letzten paar Wochen habe ich Dinge gesehen. Unerklärliche Dinge. Vor ein paar Tagen zum Beispiel, als ich mitten in der Nacht aufwachte, sah ich einen riesigen Mann in blutbefleckter Wanderkleidung, der mit dem Gesicht von mir abgewandt in meinem Hausflur stand. Oder ein anderes Beispiel, als ich ein Bad nahm, um mich von einem besonders harten Arbeitstag zu erholen, spürte ich, wie etwas meine Knöchel streifte. In der verschissenen Badewanne. Oder als ich einen warmen Atemzug in meinem Nacken spürte, als ich mir das Abendessen zubereitete. Und dann war da noch die letzte Nacht. Ich wachte mitten in der Nacht auf, so gegen 4 Uhr morgens, und sah draußen etwas, das mir das Blut in den Adern gefrieren ließ. Ein goldenes Licht, das durch das Fenster einer alten, verlassenen Hütte schien. Und was Brian damals sagte, heilte in meinem Kopf wieder. Das Spiel ist erst vorbei, wenn du die Hütte erreicht hast. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Ich bin Turmkletterer und auf einmal tauchte unter mir etwas auf. Ich arbeite als Techniker für Mobilfunkmasten. Bestimmt hast du schon das ein oder andere Video auf YouTube gesehen, in dem sich ein Bekloppter an der Spitze eines Funkturms inmitten eines riesigen leeren Nichts festklammert. Und so ein Bekloppter bin ich. Mein jetziger Job ist der mit Abstand beste Job, den man dort, wo ich wohne, ohne Abitur bekommen kann. Als Bildungsverlierer mit einem gehörigen Appetit auf Adrenalin war ich im Grunde ein Spitzenkandidat für diesen Job. Die einzigen beiden Voraussetzungen sind ein gewisses Maß an körperlicher Fitness und ein völliges Fehlen von Angst. Beides habe ich. Oder zumindest dachte ich das. Vor zwei Wochen schickte mich das Unternehmen, für das ich arbeite, zu einer Baustelle etwa 150 Meilen von meinem Wohnort entfernt. Es kam äußerst selten vor, dass ich so weit wegfahren musste für einen Auftrag. Und der Turm war gigantisch, 400 Fuß hoch. Und er sollte Signale über die Appalachen von einer verschlafenen Bergbaustadt zur nächsten senden. Der Standort kam mir sehr gelegen. Ich bevorzuge es, dort zu arbeiten, wo mich neugierige Augen nicht sehen können. Und zwar aus einem Grund. Base Jumping. Für die Uneingeweihten, beim Base Jumping springt man mit einem Fallschirm von einem großen Objekt ab. Weißt du noch, wie du als Zehnjähriger mit einer Decke vom Dach deines Hauses gesprungen bist und dir den Knöchel gebrochen hast, woraufhin dein Stiefvater herauskam und dich mit einem Gürtel schlug, bevor er dich ins Krankenhaus fuhr? Nein? Naja, vielleicht erging es auch nur mir so. Wie auch immer, Base Jumping ist im Grunde die erwachsene Version davon. Nur ohne den gebrochenen Knöchel und die Schläge. Hoffentlich. Also wie gesagt, für mich war es der perfekte Job. Am Morgen, als ich mich auf den Weg dorthin machen wollte, senkte sich ein feiner Nebel in die Täler rund um meinen Wohnort. Die Einheimischen nennen das Mondscheinwetter, was so viel bedeutet wie bleib lieber drin und bedrink dich, statt zur Arbeit zu gehen. Ich war zwar versucht, genau das zu tun, aber ich hatte schon seit Monaten gehofft, dass sie mich in diese Richtung schicken würden und so eine Gelegenheit konnte ich mir nicht entgehen lassen. Nichtsdestotrotz hatte ich schon im Voraus ein seltsames Bauchgefühl. Doch dies ignorierte ich gekonnt, brühte mir einen Kaffee auf, der einem die Zähne rausbläst, lud meine Ausrüstung auf den Rücksitz meines rostigen Jeeps und fuhr los. Die Fahrt dorthin dauerte eine halbe Ewigkeit, wobei ich mir die ganze Zeit vormachte, dass das Wetter bald aufklären würde und es ein sonniger Aufstieg bis zur Turmspitze werden würde. Früher hatte ich bei meinen Jumps öfter mal eine GoPro dabei, bis mir klar wurde, dass es wahrscheinlich nicht klug war, etwas aufzuzeichnen, was in meinem Chef den Drang schüren könnte, seine Schuhspitze mit meinen vier Buchstaben bekannt zu machen. Jedenfalls hielt ich vor dem Zaun, der den Turm und das Gelände umgab, und tippte den Code in das elektronische Tor ein. Sie hatten Stacheldraht über den Zaun gespannt, aber ein Hochsicherheitszaun war es ganz bestimmt nicht. An einigen Stellen war der Stacheldraht doch bereits durchtrennt worden. Ich dachte mir, dass es für jemanden, der es wirklich wollte, nicht schwer sein würde, das Tor zu umgehen. Nachdem ich wieder eingestiegen war und aufs Gelände fuhr, bestätigte sich mein Verdacht, als ich an dem winzigen Wartungsschuppen vorbeifuhr, der an der Ecke des Grundstücks stand. Jeder Zentimeter des Wellblechs war mit Graffiti beschmiert. Ich bewunderte die Schriftzüge, während ich das schwere Vorhängeschloss öffnete, um eine Glühbirne aus dem Inneren des Schuppens zu holen. Auf dem Arbeitsauftrag stand, dass an diesem Turm eine Flugzeugwarnleuchte ausgetauscht werden musste. Sie wissen schon, diese blinkenden roten Lichter, die einen im Dunkeln darauf hinweisen, dass da draußen ein riesiger Turm steht. Ich nahm eine aus dem verstaubten Regal, steckte sie in meinen Rucksack, zog meine Kletterausrüstung an, überprüfte ein letztes Mal meinen Fallschirm und begann den Aufstieg. Der Beginn einer Kletterei ist immer langweilig. Eine Hand über der anderen, Sprosse für Sprosse. Man ist fast kindlich ungeduldig und wartet auf den Nervenkitzel, der sich einstellt, wenn man hunderte von Metern über der Erde baumelt. Zumindest war es bei mir so. Aber man muss sich beherrschen. Corte Nance. Ein Sturz aus 30 Fuß Höhe kann genauso tödlich sein wie ein Sturz aus 400 Fuß Höhe. Und sollte ich hier wirklich Gott bewahre, das Zeitliche segnen, dann doch bitte von ganz oben. Die meisten Turmkletterer bringen an jeder Sprosse einen Karabiner an, um sich während des Aufstiegs zu sichern. Ich machte mir die Mühe nicht, es sei denn, es war ein windiger Tag. Das war es aber nicht. Tatsächlich schien die Luft unnatürlich still zu sein, als ich kletterte. Kein Windhauch war zu spüren oder zu hören. Wäre ich ein klügerer Mensch gewesen, hätte ich vielleicht mehr auf das Kribbeln in meinem Nacken oder das Gefühl in meinem Bauch gehört. Aber, wie Sie wahrscheinlich schon ahnen, ich hörte nicht auf meinen Bauch. Stattdessen schob ich meine Nervosität auf den Berserker-Kaffee von heute Morgen und verdoppelte mein Tempo. Vielleicht musste ich auch nur pinkeln. Apropos pinkeln. Die Aussicht, aus 400 Fuß Höhe irgendwo runter zu strullen, beflügelte mich. Ich war etwa auf halber Höhe, als ich feststellte, dass der Nebel um mich herum nicht weniger, sondern dichter geworden war, was seltsam war. Normalerweise klärt sich die Sicht in so einer Höhe. Normalerweise ist der Nebel auch um 14 Uhr verschwunden und man hat freie Sicht beim Springen von der Spitze. Ich hatte mir bereits eine nette kleine Wiese südöstlich des Turms ausgesucht, wo ich landen und leicht zum Jeep zurückfinden würde. Wenn ich allerdings nichts sah, wäre das ein Problem. Ein großes Problem. Ich war schließlich nicht selbstmordgefährdet und wollte heute auch eigentlich nirgendwo aufgespießt werden. Es sah so aus, als wären meine Träume für diesen Tag geplatzt. Der Nebel um mich herum war jetzt so dicht, dass ich, wenn ich es nicht besser gewusst hätte, geglaubt hätte, es würde ein Sturm aufziehen. Aber der Wetterbericht hatte nichts von einem Sturm gesagt und es war auch immer noch windstill. Es war seltsam still, bis auf das dumpfe Geräusch meiner Stiefel auf den Sprossen und meinen eigenen Atem in meinen Ohren. Dann, wie gesagt, auf halber Höhe, machte ich eine Pause. Auf dem Mobilfunkmast sind Höhenmarkierungen angebracht, an denen man ablesen kann, wie weit man gekommen ist. Und ich hatte gerade 150 Fuß hinter mich gebracht. Als ich zum ersten Mal an diesem Tag einen Karabiner in die Sprosse über mir einklingte, lehnte ich mich zurück, streckte mich und genoss das Gefühl der Schwerelosigkeit. Ich warf einen Blick nach unten. Etwas, von dem einem die erfahrenen Kletterer sagen, man solle es nie tun. Und dann sah ich es. Unter mir, in Nebel gehüllt, klammerte sich eine Gestalt an die Seite des Turms. Ich sage Gestalt, weil ich keinen klaren Blick darauf werfen konnte. Es war nur ein Schatten, vielleicht 100 Fuß unter mir, so weit weg, dass ich nicht einmal sagen konnte, ob er sich bewegte. Was zum Teufel? Ich meine, warum sollte jemand an einem Tag wie diesem auf eine Mobilfunkmasten in den hinterwälderischen Appalachen klettern? Das heißt, welcher Vollidiot außer mir? Mein erster Gedanke war, dass es sich um einen der Graffiti-Künstler handelte, der, da der Wartungsschuppen schon komplett zugekleistert war, sich ein Herz gefasst hatte und nun auf den Turm kletterte, um den grauen Stahl ein wenig Farbe zu verleihen. Ich habe da nichts gegen, sollen die mal machen, dachte ich mir. Es könnte allerdings auch eine unangenehme Begegnung werden, wenn er mich einholte. Aber ich hatte nicht vor, die Polizei zu rufen oder so. Ich habe sogar überlegt, ob ich warten soll, bis er etwas näher gekommen ist, habe mich dann aber dagegen entschieden. Das war meine erste und einzige gute Entscheidung an diesem Tag. Wahrscheinlich war es die, die mir das Leben gerettet hat. Ich kletterte weiter und erreichte schließlich die 200-Fuß-Marke. Dort machte ich eine weitere Pause, spürte einen Hauch kühler, feuchter Luft auf meiner Haut und kratzte mich unter meiner dicken Mütze. Die Firma schrieb zwar vor, einen Helm zu tragen, aber ich dachte mir, dass es mir in dieser Höhe lieber wäre, wenn sich mein Scherde beim Aufprall vollständig verflüssigen würde, wenn ich fiele. Schnell und schmerzlos. Ich warf einen weiteren Blick nach unten, um zu sehen, wie es meinem mysteriösen Verfolger erging. Es hatte ein gutes Stück aufgeholt. Ich sage es, weil ich nach ein paar Sekunden ehrfürchtigen Erstarrens realisierte, dass das Ding, das den Turm zu mir hochkletterte, kein Mensch war. Nein, das war mit 100%iger Sicherheit etwas anderes. Seine Gliedmaßen waren zu lang, sein Körper zu kurz. Durch den Nebel konnte ich einen Blick auf dunkelschimmernde Haut erhaschen. Ein deformierter Schädel, der auf einem knorrigen, langen Hals thronte, zwei Augen, die so blass und milchweiß waren wie der graue Starr eines alten Mannes. Ich blinzelte. Einmal. Zweimal. Dreimal. Es war immer noch da. Der lange Arm des Wesens schwang. Es wirkte irgendwie unnatürlich abgehackt. Nach oben und seine Hand, die groß genug war, um die gesamte Sprosse zu verschlingen, wickelte sich um den kalten Stahl. What the fuck? Mir klappte die Kinnlade bis unter die Knie. Ich glaube weder an das Übernatürliche, noch bin ich religiös. Ich bin ein Turmkletterer mit Affenhirn. Und als ich das Ding sah, hatte ich auch gar keine Zeit, um einen Gott anzufunken, an den ich vorher eh nie geglaubt hatte. Und mein Affenhirn, mein Urinstinkt, übernahm sofort die Kontrolle. Ich kraxelte die Sprossen hinauf und schlug alle Vorsicht in den Wind, während ich versuchte, mir das Ganze irgendwie rational zu erklären. Eine Art Prank? Eine beschissene Fernsehsendung, richtig? Herzinfarkt-TV oder so. Nach einem Dutzend halbherziger Erklärungsversuche, einer erbärmlicher als der andere, kletterte ich weiter. Als ich völlig außer Atem war und mein Verstand, der nach Erklärungen gierte, immer noch nicht fündig geworden war, begann ich daran zu zweifeln, dass ich das, was ich glaubte, gesehen zu haben, überhaupt gesehen hatte. Vielleicht hatten mir meine Augen auch einfach nur einen Streich gespielt. Ich riskierte einen vorsichtigen Blick nach unten. Das Ding war immer noch unter mir, und es kam unaufhaltsam näher. Es kletterte in unheimlicher Stille. Es hechelte nicht oder knurrte wie ein wildes Tier. Nur die ruhige, fließende Entschlossenheit eines Raubtieres, das sich an seine Beute heranpirscht. Gierige und doch kalkulierte Bewegungen. Ein Mund voller riesiger, abscheulich-schwarzer Zähne. Für mich gab es nur noch einen Weg nach unten, und der führte nach oben. Ich kletterte so schnell ich konnte und warf alle Vorsicht in den Wind. Die 300-Fuß-Marke verging wie im Flug. 350. Ich wurde langsam schwächer. Jeder Atemzug brannte in meinen Lungen. Ein metallischer Geschmack machte sich in meinem Mund breit, und meine Sicht wurde zunehmend verschwommener. Ich begann, ungeschickt zu werden. Mit dem rechten Fuß verfielte ich eine Sprosse und wäre beinahe in mein Verderben gestürzt. Ich klammerte mich verzweifelt ans Metall und befürchtete schon, dass sich lange Finger um meinen Fuß schlingen würden. Doch dies blieb mir vorerst erspart. Mit aller Kraft zog ich mich hoch, und mein rechter Fuß fand wieder Halt. Weiter. Nach unzähligen brennenden Atemzügen war die Plattform des Turms zum Greifen nah. Doch noch trennte mich eine mit Vorhänge schloss bestückte Luke von der erlösenden Plattform. Ich zog mir einen Handschuh mit den Zähnen von der Hand und fummelte in meiner Tasche nach dem Schlüssel. Doch da war nichts. Mein ganzer Körper krampfte sich vor Angst zusammen. Meine volle Blase, die ich mir für die Spitze des Turms aufgespart hatte, entleerte sich unwillkürlich. Ich griff nach dem Hammer an meinem Werkzeuggürtel und schlug auf das verdammte Vorhängeschloss ein. Irgendwann gab es nach und fiel in die geifernde Tiefe. Ich drückte die Luke auf, hiefte mich nach oben und übergab mich fast vor Anstrengung. Durch die Gitterstäbe sah ich das Ding, und es war verflucht nah. Es öffnete sein Maul. Der Kiefer klappte ekelerregend weit auf. Das Ding hatte offenbar einen Mordsappetit. Ich schrie. Nun, auf jeden Fall versuchte ich es mit dem kümmerlichen Rest Luft in meinen Lungen. Es klang eher wie ein Wimmern oder Schluchzen. Ich warf ein Bein über das Geländer der Plattform und überprüfte die Gurte meines Fallschirms. Der Himmel war in alle Richtungen grau. Nichts als endloses, betäubendes Grau. Ein nicht endendes Feld aus Dämmerung. Ich konnte nicht sagen, in welche Richtung ich blickte oder wo die Wiese war, auf der ich landen wollte. Ich würde blind springen. In den Nebel. Das war Wahnsinn. Aber es war meine einzige Möglichkeit. Als sich die Kreatur mit widerlichen Verrenkungen durch die Luke zog und sie nur noch vielleicht fünf Fuß von mir entfernt war, stürzte ich mich in die undurchsichtige Tiefe. Normalerweise stieß ich an dieser Stelle einen Schrei aus, genoss das Gefühl des Windes auf meinem Gesicht, die Schwerelosigkeit. Diesmal fiel ich schweigend, die Augen voller eiskalter Tränen während der kalte Wind über meine Haut und mein Haar strich. Mir baumelte zwar eine Schutzbrille um den Hals, aber in alter Aufregung hatte ich völlig vergessen, sie aufzusetzen. Ich griff nach der Reißleine und zog so fest ich konnte. Das beruhigende Geräusch, des sich aufbäumenden Nylons, gefolgt von einem erlösenden Ziehen. Ich blickte nach oben und über meine Schulter. Der Wind pfiff mir um die Ohren. Keine Spur von der abscheulichen Kreatur. Ich zog an den Steuerleinen und versuchte verzweifelt durch diese undurchsichtige Nebelsuppe unter mir etwas zu erkennen. Doch da war nur grau. Ein paar lange Augenblicke vergingen. Dann erblickte ich einen Baum, der durch den Nebel ragte. Ein weiterer folgte. Dann noch einer. Und dann segelte ich zwischen ihnen hindurch. Die Äste klatschten mir ins Gesicht, schlugen auf meine Arme und Beine ein. Ich steuerte von den Bäumen weg und geradewegs auf die Seite des Zauns am Fuße des Turms zu. Ich hatte keine Zeit mehr zu reagieren. Der Stacheldraht zerschnitt meine Hände, als ich mit so viel Wucht gegen den Zaun prallte, dass mir die Luft wegblieb. Ich landete im Dreck und verhellerte mich in den Überresten meines Fallschirms. Mit blutbesudelten, zittrigen Fingern schnallte ich hektisch den Rucksack ab und humpelte zum Jeep. Voller Angst wagte ich einen Blick den Turm hinauf. Keine Spur von der Kreatur. Ich riss die Tür auf, hiefte mich hinein und startete den Motor. Etwas flog über mich hinweg. Fuck. Ich sah die langen Gliedmaßen, die es von sich gestreckt hatte. Fleischige Flügel, die sich in den Himmel wölten. Augen, die auf die Meinen gerichtet waren, als das Raubtier lautlos über mich hinweg glitt, sich neigte und auf mich zusteuerte. Ich schaltete in den Rückwärtsgang und donnerte durch das Tor. Ein paar Sekunden später vollführte ich die klägliche Version eines U-Turns und rumpelte die schottrige Straße hinunter. Ich hörte nicht auf zu fahren, bis ich das Ortsschild meiner Stadt erreichte. Keine Ahnung wie, aber ich habe es gerade noch so in die Notaufnahme geschafft. Die müssen mich für völlig verrückt gehalten haben. Blutüberströmte Arme, verquollene und tränende Augen und eine vollgepinkelte Buchse. Es ist jetzt zwei Wochen her. Die Narben an Händen und Armen werde ich für den Rest meines Lebens haben. Ich habe meine Wohnungstür abgeschlossen und ein Regal davor geschoben. An meinem Schreibtisch lehnt die Schrotflinte meines alten Herrn. Ich sollte mir einen Hund zulegen, vielleicht auch zwei. Denn der Nebel ist zurück und es scheint alles zu verschlingen. Das Display meines Telefons leuchtet auf. Eine SMS von der Firma. Ein anderer Job. Eine andere Baustelle. Ich glaube nicht, dass ich antworten werde. Ich hoffe nicht, dass ich mich allein��isch понимаю, dienen Hua, zuerst um ihn ab tanken. Ensuite wird mir weiter. Dann war ich mir. Ein anderer Job. Schaқiss je nach den VES expected. Ich hoffe nicht, dass ich motherfchy Tableau finde. Ich hoffe nicht, dass ich meinen Hund eigenen Park. Ich will natürlich nicht alleine. Ich hoffe nicht, dass ich mir Currently deploy. Wir fanden eine Höhle, aus der seltsame Signale kamen, und was wir dann fanden, hat uns zutiefst schockiert. Ich saß mit meiner Funkausrüstung vor dem kleinen Eingang der Optimist-Zigner-Höhle, fröstelte in der kalten Februarluft und lauschte aufmerksam der seltsamen, kaum wahrnehmbaren Übertragung, deren Empfang immer wieder abbrach. Meine enge Freundin Dr. Natalia Morozov versuchte, sich warmzuhalten, indem sie im Kreis ging und sich ihre Oberarme rubbelte. Wir hatten die Signale mit einem unserer Walkie-Talkies zufällig entdeckt, als wir die Höhle erkundeten, eine große und teilweise unerforschte Gipshöhle in der Region Ternopil in der Westukraine, und hatten seitdem unsere Freizeit damit verbracht, die Quelle der Signale zu lokalisieren. Einer Antwort waren wir jedoch nicht näher gekommen. Alles, was wir herausbekommen hatten, nachdem wir versucht hatten, die Signale bewusst zu empfangen, war, dass sie von irgendwoher aus der Höhle kamen. »Lass uns ein Feuer machen, Alexander«, sagte Natalia. »Ich führe gleich meine Beine nicht mehr. Da! Da ist es wieder«, sagte ich und ignorierte ihre Bitte. Sie eilte zu mir herüber und hockte sich neben mich. Wir hatten seit der Entdeckung in einen besseren Empfänger investiert, der auch schwächere Signale empfangen konnte. Und das hatte sich gelohnt. Die Stimme, die jetzt durch das Rauschen drang, war viel klarer, wenn auch immer noch ein völliges Rätsel für uns. Sie sprach weder ukrainisch noch russisch, noch irgendeine andere Sprache, die wir erkennen konnten. Am ehesten ähnelte sie der Sprache der australischen Ureinwohner, Val Piri. Aber nachdem wir einige Aufnahmen an einen Experten für diese Sprache geschickt hatten, erfuhren wir, dass sie sich zwar leicht ähnelten, aber mehr auch nicht. Unser Plan war es, ein Experten-Team zusammenzustellen und in die tiefsten, unerforschten Teile der Höhle vorzudringen, um herauszufinden, wer diese Signale sendete. Aber wegen der russischen Invasion waren wir gezwungen, unsere Pläne auf unbestimmte Zeit zu verschieben. Es war uns beiden nicht sicher genug, eine solche Expedition zu riskieren. Alles, was wir unter diesen Umständen tun konnten, war, so viel wie möglich von der seltsamen Stimme aufzunehmen und sie zu studieren. Während wir uns voll und ganz auf die Stimme konzentrierten, dröhnte das ohrenbetäubende Geräusch eines Kampfjets über uns. Überrascht sprangen wir auf. Es klang beinahe wie ein mächtiger Donner. Ein tiefes Grollen, das den Boden vibrieren ließ und uns bis ins Mark erschütterte. Wir blickten auf und sahen, wie der Jet über den Himmel raste und eine weiße Dunstspur hinter sich herzog. Diese Region war noch relativ sicher vor dem Krieg, aber der Anblick des Jets erfüllte uns dennoch mit Unbehagen. Nur Sekunden später gab es eine Explosion. Ein weiterer Jet war direkt über uns getroffen worden, vielleicht von einer Rakete oder der Flugabwehr, so dass Trümmer herabregneten und wir in Deckung gehen mussten. Als wir wieder nach oben blicken, sahen wir den Piloten mit dem Fallschirm zu Boden gleiten. »Ist das einer von uns?«, fragte ich. »Nein«, sagte Natalia mit Besorgnis in ihrer Stimme. »Wir müssen schnell zusammenpacken und zum Auto zurückgehen.« Ich schaltete das Funkgerät aus und packte meine Sachen so schnell wie möglich wieder in meinen Rucksack. Mein Herz raste vor Angst und Adrenalin. Als wir uns zum Aufbruch bereit machen, landete der Pilot zwischen uns und unserem Auto. Er löste sich schnell von seinem Fallschirm und stolperte auf uns zu, während seine Rechte nach seiner Waffe in seinem Halfter griff. Eine Sekunde lang erstarrten wir vor Schreck und wussten nicht, was wir tun sollten. Dann drehten wir uns instinktiv um und rannten zurück zur Höhle. Die Armee hatte höchstwahrscheinlich Teams ausgesandt, um ihn zu fangen, was er wahrscheinlich wusste, und er würde alles tun, um das zu verhindern. Jeder Zeuge, der seinen Aufenthaltsort melden könnte, wäre für ihn gefährlich, sodass der Versuch, mit ihm zu reden, nicht in Frage kam. Wir rannten so schnell wir konnten, aber er war direkt hinter uns und holte auf. Ich konnte sein schweres Atmen und das Geräusch seiner Stiefel hören, die auf den Boden stampften, während er uns folgte. Als wir den Eingang der Höhle erreichten, rannten wir schnell hinein und schalteten unsere Taschenlampen ein. Der Pilot folgte uns mit gezogener Waffe, die auf uns gerichtet war. Wir konnten die Angst in seinen Augen sehen und wir wussten, dass er genauso verzweifelt war wie wir. Selbst wenn es ihm gelang, uns zu töten oder als Geiseln zu nehmen, waren seine Chancen, aus dieser Situation herauszukommen, bestenfalls gering. Ohne nachzudenken begannen wir tiefer und tiefer in die Höhle vorzudringen, um so viel Abstand wie möglich zwischen uns und den Piloten zu bringen. Die engen Gänge waren dunkel und tückisch und wir stolperten und fielen mehrmals. Hinter uns hörten wir den Piloten schreien und fluchen. Wir wussten, dass wir ihm nicht entkommen konnten, es sei denn, wir schalteten unsere Taschenlampen aus, was in dieser Finsternis keine Option darstellte. So hieß es, einfach nur weiter rennen, bis die Beine nachgeben würden. Wir liefen eine gefühlte Ewigkeit weiter, während die Schritte des Piloten immer näher kamen. Gerade als wir dachten, wir könnten nicht mehr weiter, sahen wir einen kleinen Spalt in der Höhlenwand, durch den wir uns hindurchzwängen konnten. Schnell baten wir uns einen Weg durch den schmalen Spalt, allerdings nicht ohne unsere Körper bis an ihre Grenzen oder gar darüber hinaus zu strapazieren. Und als wir auf der anderen Seite ankamen, befanden wir uns in einer großen Kammer. Die Kammer war schwach beleuchtet. Das Licht fiel durch ein kleines Loch in der Decke. Wir blickten nach oben und sahen einen blauen Himmel, der uns mit Hoffnung erfüllte. Wir wussten, dass wir immer noch in Gefahr waren, aber der Anblick des Tageslichts erinnerte uns daran, dass es noch eine Welt außerhalb der Höhle gab und, dass wir wieder erwarten, doch noch eine Chance hatten. Wir müssen da durch, sagte Natalia, während sie ihren Rucksack abnahm und auf das Loch deutete. Hilf mir hoch, er wird jeden Moment hier sein. Ich nickte und bot ihr meine Hände als Räuberleiter an. Sie stellte ihren Fuß in meine verschränkten Hände, drückte sich hoch und klammerte sich an den Rand des Loches. Langsam und mühsam zog sie sich durch das Loch. Währenddessen schrie der Pilot unaufhörlich, dass wir aufgeben sollten und versprach uns nicht zu verletzen, wenn wir uns ergeben würden. Nicht mehr lang und er wäre bei mir in der Kammer gewesen. Als Natalia oben war, streckte sie ihre Hände aus, um mich hochzuziehen. Diese Frau hatte es einfach drauf. Als ich zur Hälfte draußen war, halte ein Schuss durch die Kammer. Mir rutschte das Herz in die Hose, während ich mit letzter Kraft meine Beine aus dem Loch buxierte. Geschafft. Um uns herum war nur felsiges Gelände und es war eindeutig kälter als noch vor ein paar Minuten. Ein starker, höllischer Wind pfiff uns um die Ohren, als wir den Abhang hinunter stolperten. Wir müssen weiter, keuchte ich und versuchte Luft zu holen. Dieser Wahnsinnige hat mit Sicherheit noch nicht aufgegeben. Der Schneesturm war so stark, dass wir kaum mehr als ein paar Meter weit sehen konnten. Wir hatten die Orientierung verloren und konnten uns inmitten des vorherrschenden Weiß überhaupt nicht mehr zurechtfinden. Wir diskutierten darüber, wie wir den Weg zurück zu unserem Auto finden könnten, wussten aber einfach nicht, in welche Richtung wir gehen sollten. Ich blickte zurück und sah, wie sich der Pilot nicht mehr als ein Schatten hinter all dem Schnee durch das Loch quetschte. Scheiße. Weiter. Egal, wo lang. Als wir weiter durch den Schnee stolperten, sahen wir in der Ferne ein seltsames Bauwerk auftauchen. Es war ein riesiger Metallturm, wie wir ihn noch nie zuvor gesehen hatten, schon gar nicht in dieser Gegend, die wir besser kannten als unsere Westentasche. Durch den Schneesturm war es schier unmöglich zu erkennen, was es darstellen sollte. Aber es sah aus, als wäre es mindestens ein paar Stockwerke hoch. Was ist das? fragte Natalia. Keine Ahnung. Wir rannten darauf zu, es war unsere einzige Hoffnung, Hilfe zu finden, und hatten unsere Liebe, Mühe uns auf den Beinen zu halten. Als wir uns näherten, sahen wir ein kleines Gebäude am Fuße des Turms. Seine Architektur zeichnete sich durch verschlungene Details und verschnörkelte Muster aus, welche mir allesamt fremd erschienen. Was ist das für ein Ort? fragte ich, als wir näher kamen. So etwas habe ich. Natalia betrachtete die Spitze des Turms und schien so begeistert davon zu sein, dass sie unseren Verfolger vergessen hatte. Das ist es. Ihre Stimme klang fast euphorisch. Was? fragte ich umfassungsdringend. Wir müssen da rein und irgendwie Hilfe rufen. Verstehst du denn nicht, Alexander? Es ist... Es ist die Quelle. Ich spürte, wie mir ein Schauer über den Rücken lief. Die Quelle? Natürlich. Ich konnte mir nicht erklären, was das für ein Ort war oder wie es sein konnte, dass wir ihn noch nie gesehen hatten. Aber er sah aus wie eine Art Funkturm. Der Pilot tauchte als Silhouette im Schneesturm hinter uns auf und kam rasch näher. Lass uns schnell reingehen, drängte ich Natalia und zog sie in Richtung des Gebäudes. Er ist direkt hinter uns. Wir erreichten die Tür des Gebäudes und versuchten, sie zu öffnen. Aber sie war von innen verschlossen. Wir wurden immer panischer, als der Pilot sich uns unaufhaltsam näherte, die Waffe immer noch im Anschlag. Dann begann der Boden unter uns zu beben und wir hörten ein ohrenbetäubendes Gebrüll. Zuerst dachte ich, dass der Schuss von vorhin eine Lawine ausgelöst haben könnte. Aber gerade als mir dieser Gedanke kam, tauchte etwas, etwas, etwas Unerklärliches im eisigen Nebel auf. Natalia packte mich an der Schulter und zog mich zu sich heran. Mein Gott, sagte sie, das sind Mammuts. Wir drückten uns an die Wand, um nicht zerquetscht zu werden und sahen dann erstaunt zu, wie die Herde auf uns zustürmte und ihre massigen Körper den Boden bei jedem Schritt erzittern ließen. Der Pilot war völlig überrumpelt, stolperte rückwärts und ließ seine Waffe fallen. Er versuchte vor der sich nähernden Herde wegzukriechen, aber vergeblich. Wir verloren ihn inmitten der Mammuts aus den Augen, als sie an uns vorbeizogen und mit ihren riesigen Stoßzernen und Rüsseln Wolken aus Schnee und Eis aufwirbelten. Als sich alles gelichtet hatte, liefen Natalia und ich vorsichtig zu der Stelle, an der der Pilot gestanden hatte. Wir fanden ihn am Boden liegend, lebendig, aber verletzt. Sein Arm war stark verdreht und Blut sickerte durch seinen Ärmel. Uns wurde schnell klar, dass er so keine Gefahr mehr für uns darstellte. Wir müssen ihm helfen, sagte ich. Komm, lass uns ihn zum Turm schleppen. Das waren verdammte Mammuts, rief Natalia aus, immer noch geschockt. Wie ist das überhaupt möglich? Ich habe keine Ahnung, antwortete ich und versuchte mich auf die anstehende Aufgabe zu konzentrieren. Jetzt müssen wir erstmal diesem Typen hier helfen. Als wir ihn in Richtung des Gebäudes zogen, durchdrang ein Knurren die Luft und ließ uns erstarren. Der Pilot versuchte sich aufzurichten und sah etwas, das ihn aufschreien ließ. Zwei große Bestien kamen auf uns zu, traten wie Gespenster aus dem stürmischen Wind und richteten ihre Augen auf den verletzten Piloten. Das sind Höhlenlöwen, stotterte Natalia. Davor sind die Mammuts geflohen. Sie wandte sich dem Piloten zu und packte ihn am Kragen. Deine Knarre! Schieß ihm ins Gesicht. Hast du deine scheiß Knarre noch? Der Pilot, der immer noch in Panik war, schüttelte den Kopf. Nein, brachte er hervor. Einer der Löwen stürmte auf uns zu, sein Maul weit geöffnet und zum Angriff bereit. Ich machte mich auf das Schlimmste gefasst, aber kurz bevor er uns erreichte, wurde die Tür des Gebäudes aufgerissen und ein hochgewachsener Mann, der auf höchst merkwürdige Weise gekleidet war, eine weiße Uniform und ein grüner Turban, trat heraus und gab zwei Schüsse in die Luft ab. Die Löwen hielten einen Moment inne, als ob sie ihre Optionen abwägen wollten, bevor sie sich umdrehten und zurück in den Sturm flohen. Der Mann richtete sein Gewehr auf uns. Seine Gesichtszüge ließen mich zurückschrecken. Es war wie kein anderes Gesicht, das ich je zuvor gesehen hatte. Seine Gesichtszüge waren kräftig und kantig, seine Stirn wirkte markant, irgendwie wulstig. Seine Nase war breit und flach, seine Augen waren tiefliegend und buschige Augenbrauen überraten diese wie ein urwüchsiger Balkon. Er hatte ein markantes Kinn und seine Zähne wirkten irgendwie riesig. Ich konnte weder seine ethnische Zugehörigkeit noch seine Herkunft zuordnen. Er hatte etwas an sich, das ich einfach nicht erklären konnte. Er sprach dieselbe Sprache, die wir über den Empfänger außerhalb der Höhle gehört hatten, was uns bestätigte, dass dies tatsächlich die Quelle der Signale war. Wir hoben die Hände über unsere Köpfe. Der Pilot hatte Mühe, auf den Beinen zu bleiben und konnte seinen gebrochenen Arm nicht oben halten. Dennoch kamen wir drei unserem Gegenüber unmissverständlich zu verstehen, dass wir uns ergaben. Der Mann mit dem Turban schien durch unseren Anblick ebenso verunsichert zu sein, wie wir durch seinen Anblick. Er schrie in das Gebäude hinein. Eine Frau, die dasselbe Outfit trug, trat zu ihm in den Türrahmen, warf einen Blick auf uns und rannte dann wieder hinein. Was um Himmels Willen ist hier los, flüsterte ich. Wer sind diese Leute? Das ist unmöglich, sagte Natalia. Die Tiere. Und, und, sie senkte ihre Stimme. Dieser Mann gehört nicht zur selben Spezies wie, der Mann schrie uns an, vielleicht, um uns zum Schweigen zu bringen, ich weiß es nicht. Und zwei weitere Männer kamen hinzu, die ebenfalls ihre Gewehre auf uns richteten. Mir war inzwischen so kalt, dass meine Zähne unkontrolliert klapperten und meine Finger komplett taub waren. Der Pilot begann Russisch zu sprechen und bat darum, nicht erschossen zu werden, ohne zu wissen, dass diese Leute weder seine, noch, wie es schien, irgendeine andere Sprache verstanden, die wir kannten. Natalia brachte ihn zum Schweigen. Was ist hier los? flüsterte er als Antwort. Wer sind diese Typen? Denisovana, flüsterte Natalia zurück. Und jetzt halt die Klappe. Ich sah sie schockiert an. Denisovana? Aber die sind doch schon vor tausenden von Jahren ausgestorben. Ich weiß, ich weiß, antwortete sie, aber das ist die einzige halbwegs logische Erklärung. Sie sind keine Menschen, zumindest nicht dieselben wie wir. Wir müssen vorsichtig sein. Der Mann mit dem Turban kam auf uns zu, sein Gewehr immer noch auf uns gerichtet. Er durchsuchte uns und nahm unsere Habseligkeiten an sich. Dann sprach er wieder und bedeutete uns, ihm zu folgen. Widerstrebend taten wir, wie uns geheißen. Die Männer führten uns in das Gebäude, das sich als ein riesiger, unterirdischer Komplex herausstellte. Die Wände waren mit komplizierten Schnitzereien und Mosaiken verziert, die Szenen von Krieg und Eroberung darstellten. Überall lagen Werkzeuge und Dokumente verstreut und wir sahen etwas, das aussah wie ein großer Computer von vor 50 Jahren. Wir wurden in einen Raum geführt, in dem die Frau wartete, die eben kurz vor die Tür getreten war. Sie bedeutete, uns Platz zu nehmen und verließ dann den Raum, wobei sie die Tür hinter sich schloss. Der Pilot stürzte zur Tür, schlug dagegen und schrie, dass er freigelassen werden wolle. Beruhig dich, schrie Natalia. Glaubst du wirklich, die lassen dich raus, wenn du wie ein Wilder rumbrüllst? Ich setzte mich auf den Boden und lehnte mit dem Rücken an die Wand. Natalia, sagte ich, ich versuche wirklich zu begreifen, was hier vor sich geht, aber, aber das kann doch alles nicht sein. Wie sind wir hierher gekommen? Natalia betrachtete die seltsamen Geräte um uns herum. Ich verstehe es auch nicht, aber nach dem, was wir gesehen haben, kann man wohl sagen, dass wir eine Welt betreten haben, in der die Geschichte eine andere Wendung genommen hat. In unserer Welt hat die Menschheit ihre engsten Hominiden verwandten, die Neandertaler und die Denisovaner überflügelt und sie teilweise bis zur Ausrottung gejagt. Richtig? Und hier, hier scheint das alles eine andere Wendung genommen zu haben. Sie zog ein großes Blatt Papier hervor, das aufgerollt zwischen einem Haufen anderer Dokumente lag. Ja, sieh dir das an. Es war eine Schwarz-Weiß-Karte. Ich erhob mich und trat zu ihr. Diese Karte hat eine andere Ausrichtung als unsere, fuhr Natalia fort. Siehst du, es sind die gleichen Kontinente, aber Asien ist viel näher am Zentrum. Da sieht man mal wieder, wie subjektiv unser Weltbild ist, nicht wahr? Es scheint keine Grenzen zu geben, fügte ich hinzu. Außer dieser riesigen Grenze, die Europa von Asien trennt, bemerkte Natalia. Und was bedeuten die hier? Fragte ich und zeigte auf die Piktogramme von toten Köpfen, die auf der ganzen Karte verteilt waren. Sollen das Warnungen sein? Vielleicht. Oder etwas ganz anderes. Natalia strich sich ein paar Haare aus dem Gesicht und zeigte auf Mitteleuropa. Schau, die Schädel hier sind anders. Mein Gott, ich glaube, das sind die Schädel von Neandertalern und sie fuhr mit dem Finger über die Kontinente. Ich kann keine Schädel sehen, die unseren ähneln. Sie sah zu mir auf. Alexander, ich glaube nicht, dass unsere Spezies in dieser Welt überhaupt existiert. Es ist so, als hätten wir uns hier nie entwickelt oder wären ausgestorben, bevor wir richtig Fuß fassen konnten. Hört auf mit dem Scheiß, schrie der Pilot. Das ist eine Art Trick, eine Art psychologische Kriegsführung, die sie von den Amerikanern gelernt haben. Wie heißt du? fragte ich auf Russisch. Boris, sagte er. Was geht dich der Sonne? Boris, flehte Natalia. Das ist kein Trick. Hast du die verdammten Mammuts schon wieder vergessen? Die Höhlenlöwen? Wie zum Teufel sollte man so etwas vortäuschen können? Hä? Alexander und ich haben seltsame Funksignale, die aus der Höhle kamen, untersucht. Wir wussten bereits, dass hier etwas Seltsames vor sich geht. Obwohl wir nicht ahnen konnten, dass... Sie hielt inne. Ein Paralleluniversum der Ursprung der Signale ist. Boris schnaufte. Tja, ich sollte eigentlich gar nicht hier sein. Ich war auf meiner scheiß letzten Mission, bevor ich in den Ruhestand gehen sollte. Meine Familie wartet zu Hause auf mich. Dank Ihnen und Ihren Freunden haben viele Menschen keine Familie mehr, zu denen Sie nach Hause gehen können, sagte ich eindringlich. Sie haben versucht, uns zu ermorden, zwei Zivilisten. Lass uns nicht darüber streiten, versuchte Natalia, die Wogen zu glätten. Wir müssen zusammenarbeiten, wenn wir hier heil herauskommen wollen. Ich hatte nicht vor, euch zu töten, sagte Boris. Ich bin kein Mörder. Ich habe nur versucht, euch aufzuhalten. Ach, komm schon, hustete ich. Du bist buchstäblich eine Todesmaschine geflogen. Ich bin ein Soldat, schrie Boris. Ich habe nur Befehle befolgt. Politik interessiert mich einen Scheiß. Aber jeder Konflikt hat zwei Seiten. Ja, sagte ich. Und manchmal ist eine der Seiten ein faschistischer Kriegsverbrecher, der Gräueltaten an unschuldigen Zivilisten verübt. Boris sah zu Boden. Sein Gesicht zeigte eine Mischung aus Scham und Wut. Ich weiß, ich habe es selbst erlebt. Aber welche Wahl hatte ich denn? Die Befehle zu verweigern hätte bedeutet, mein Leben und das meiner Familie zu riskieren. Und was hätte das genützt? Im Krieg gibt es keine Gerechtigkeit. Vielleicht nicht, sagte ich. Aber das bedeutet nicht, dass wir aufgeben sollten, zu versuchen, das Richtige zu tun. Wir können die Machthaber nicht mit ihren Verbrechen davonkommen lassen. Glaubst du wirklich, ernsthaft, dass Putin sich um dein Volk kümmert? Er ist der Inbegriff des Bösen. Dein Land hätte... Ich sagte, dass mich Politik nicht interessiert, unterbrach er mich. Ich kümmere mich um meine Familie, darum, für meine Frau und meine Tochter zu sorgen. Wir müssen das alles jetzt hinter uns lassen, sagte Natalia. Wir sind auf die verdammt nochmal größte Entdeckung gestoßen, die je gemacht wurde. Etwas, das unser Verständnis der Realität völlig auf den Kopf stellt. Das ist größer als wir selbst, größer als alles. Versteht ihr beide das nicht? Du hast recht, erwiderte ich resigniert. Was glaubst du, warum wir uns hier festhalten? Das ist keine Gefängniszelle, sagte Natalia. Es ist ein Büro. Ich vermute, dass sie von unserem Erscheinen genauso überrumpelt sind, wie wir von ihren. Wir sehen den Neandertalern ähnlicher als ihnen, besonders du, Alexander, nichts für ungut. Ah, schön, das auch mal zu erfahren. Danke, Natalia, sagte ich und fühlte mich, als hätte mal mir ins Gesicht geschlagen. Für Natalia sah ich also aus wie ein Halbaffe. Gut, mach euch weiter. Und dennoch, fuhr sie fort, unsere Gesichter sind unverwechselbar und in Kombination mit unserer Kleidung glaube ich nicht, dass sie uns mit Neandertalern verwechseln werden. Sie wissen, dass wir nicht hierher gehören und sie überlegen wahrscheinlich, was sie mit uns machen sollen. In diesem Moment öffnete sich die Tür erneut und die Frau kam in Begleitung von zwei Wachen herein. Sie sprach zu uns in ihrer Sprache und gab uns ein Zeichen ihnen zu folgen. Wir wurden nach draußen gebracht, wo ein großes gepanzertes Fahrzeug auf uns wartete. Es war anders als alles, was wir bisher gesehen hatten, weiß lackiert und mit schönen Mustern verziert. Zwei bewaffnete Männer öffneten die hinteren Türen des Fahrzeugs. Die Frau winkte uns einzusteigen und wir folgten ihr, wenn auch von Unbehagen begleitet. Im inneren Raum roch es nach Benzin und Metall. Wir wurden kräftig durchgeschüttelt, als sich das Fahrzeug in Bewegung setzte. Ich blickte durch die winzigen Fenster im hinteren Teil des Wagens, sah aber nur den ewigen Schnee. Sie brachten uns zu Das Gebäude war riesig. Es bestand aus Beton und Stahl und war von hohen Mauern umgeben, die mit Stacheldraht versehen waren. Alle Wände waren weiß gestrichen, was es fast unmöglich machte, sie im Schnee zu erkennen. Die Wachen führten uns hinein durch lange Gänge und schwere Metalltüren. Schließlich gelangten wir in einen leeren Raum mit ein paar Betten und einem großen Beobachtungsfenster, das in die Wand eingelassen war. Dahinter war ein Mann zu sehen, der wie die anderen einen grünen Turban und eine Art verzierte Uniform trug. Die Wachen verließen uns, schlossen die Tür hinter sich und verriegelten sie mit einem lauten Klirren. Boris rannte umgehend zum Beobachtungsfenster und begann zu schreien, immer noch von der Erkenntnis verschont, dass sie ihn gar nicht verstanden. Er war hier der Halbaffe, nicht ich. Hinter dem Fenster erschienen noch mehr Leute, um ihn zu beobachten, fast so, als ob sie ihn unterhaltsam fänden. Setz dich hin, Mann, zischte Natalia, ich kann so nicht nachdenken. Boris beruhigte sich, ließ sich mit dem Rücken gegen die Wand fallen und begann zu weinen, während er etwas über seine Frau murmelte. Das sieht nicht gut aus, Natalia, sagte ich. Was wollen die von uns? Das hängt davon ab, was sie über unsere Spezies wissen, sagte sie. Wenn meine Vermutung richtig ist und der Homo Sapiens hier ausgestorben ist, wären sie sehr daran interessiert, uns zu studieren. Außerdem haben sie vorhin mein Handy genommen und das wird ihnen sicher noch mehr Rätsel aufgeben als unsere Gesichter. Ihre Technologie scheint da unseren ein wenig hinterher zu hinken, sagte ich. Aber ihre Kultur ist bemerkenswert. Ihre Kunst sieht ihr nur ihre Architektur an. Diese Menschen stehen uns in nichts nach. Das steht fest. Ich frage mich, wie die Neandertaler sind. Wenn die uns jemals hier rauslassen, schluchzte Boris. Ich muss nach Hause. Ich muss meine Frau und meine Tochter sehen. Ich empfand einen Hauch von Mitgefühl für ihn, aber vielmehr auch nicht. Ich glaube nicht, dass die uns gehen lassen werden, sagte ich. Würde deine Regierung ein Gefangenes Mitglied einer anderen Spezies aus einem Paralleluniversum freilassen? Ich lachte bitter bei dem Gedanken daran. Nein, sie werden uns hier behalten und uns studieren wie Hör auf Alexander, sie nicht immer alles so schwarz, grätschte Natalia dazwischen. Sie werden vor allem wissen wollen, woher wir kommen. Das gibt uns bis zu einem gewissen Grad die Oberhand. Wir können versuchen, ihnen mitzuteilen, dass wir in die Höhle zeigen werden. Und wenn sie uns dann dorthin bringen, ich weiß nicht, vielleicht können wir uns dann ja irgendwie aus dem Staub machen oder so. Und selbst wenn, nehmen die uns doch nicht alle drei mit dahin, mahnte ich. Das wäre ganz schön blöd, ich sage, wir halten die Höhle geheim oder möchtest du, dass sie von unserer Welt erfahren. Eine Frau hinter dem Beobachtungsfenster sprach durch einen knisternden Lautsprecher. Dann betraten zwei Wachen den Raum und nahmen Boris mit. Er wehrte sich, aber vergeblich. Ich dachte, sie würden ihn verhören und zurückbringen, aber nachdem einige Stunden vergangen waren, wurde mir klar, dass sie ihn wahrscheinlich nur woanders hingebracht hatten. Vielleicht weil er verletzt war oder weil er wie ein Soldat gekleidet war, im Gegensatz zu mir und Natalia. Nach einer gefühlten Ewigkeit brachten sie auch mich und Natalia in ein anderes Zimmer. Dort waren zwei Frauen gekleidet in etwas, das wie ein grüner Hijab und eine weiße das an eine altertümliche Kamera auf einem Stativ erinnerte und begannen Fotos von uns zu machen. Dann wurden wir aufgefordert uns zu entkleiden, was uns beiden mehr als unangenehm war. Wir zögerten, aber die Wachen machten uns schnell klar, dass dies keine Bitte war. Als nur noch unsere Unterwäsche unsere Scham bekleidete, begannen die Frauen uns genauer zu untersuchen, Notizen zu machen und Messungen vorzunehmen. Ich fühlte mich wie eine Laborratte und erschauderte bei dem Gedanken, vielleicht genau dies für den Rest meines Lebens zu sein. Mit zwei beängstigend großen Spritzen nahmen sie uns Blut ab. Nach etwa einer Stunde, so genau weiß ich es nicht, gaben sie uns Kleidung, einfache Gewänder aus Raumstoff, die unsere Haut zerkratzten, und brachten uns dann in einem weiteren Raum, wo sie uns zwangen, uns vor einem anderen Mann mit grünem Turban hinzusetzen. Er sagte ein paar Worte zu uns, schien aber zu wissen, dass wir ihn nicht verstehen konnten. Natalia, sagte ich und zeigte auf meine Kollegin, dann deutete ich auf mich und sagte meinen eigenen Namen. Er lächelte, zeigte dann auf sich selbst und sagte etwas, das wie Jidu klang. Als nächstes legte er eine kleine Landkarte dieser Region auf den Tisch, was ich nur verstand, weil ich den Fluss Zebruch erkannte und nickte in Richtung dieser Karte, wobei er uns offenbar aufforderte, ihm zu zeigen, woher wir kamen. Sollen wir es ihm sagen? fragte Natalia. Vielleicht ist es... Und auf einmal begann das gesamte Gebäude zu beben. Von über uns war das vage Geräusch einer Explosion war zu hören und dann ertönte im ganzen Gebäude ein seltsam melodischer Alarm. Die Wachen zwangen uns auf die Beine und führten uns aus dem Raum. Natalia, die als letzte den Raum verließ, schnappte sich in dem Durcheinander unbemerkt die Karte vom Tisch und versteckte sie hinter ihrem Rücken. Wir wurden schnell zu der Zelle geführt, in der man uns festgehalten hatte. Die Menschen rannten in alle Richtungen, schrien und kreischten, während die ohrenbetäubende seltsame Melodie unaufhörlich von der Decke dröhnte. Bei jeder Explosion flackerten die Lichter und Staub fiel von der Decke. Dann hallte ein Schuss durch das Chaos und einer der Wachmänner fiel zu Boden. Der andere Wächter feuerte sein Gewehr ab, wurde aber selbst getroffen, bevor er und er hatte eine große Wunde an der Wange. Boris, sagte Natalia, was ist hier los? Die werden angegriffen, sagte er. In dem Tumult konnte ich meine Bewacher überwältigen und ihm seine Waffe abnehmen. Das ist unsere Chance, sprach ich gegen die Geräuschkulisse an. Wir müssen einen Weg hier raus finden. Boris nickte und wir folgten ihm eiligen Schrittes, während er uns durch das Labyrinth der Gänge und Räume führte. Das Geräusch von Schüssen und Explosionen hallte durch die Gänge. Wir kamen an Räumen vorbei, die mit Ausrüstungen und Vorräten gefüllt waren. Aber wir hielten nicht an, um sie zu untersuchen. Unser einziges Ziel war es, einen Weg aus dieser Hölle zu finden. Als wir um eine Ecke bogen, sahen wir uns einer Gruppe bewaffneter Wachen gegenüber. Sie eröffneten sofort das Feuer, fast so, als ob sie dachten, gehörten zu dem Feind, der sie angriff, und wir waren gezwungen, hinter einem nahen Metallschrank in Deckung zu gehen. Boris erwiderte das Feuer und traf sogar eine der Wachen, aber wir waren ganz und gar chancenlos. Wir müssen einen anderen Weg finden, rief Natalia über den Lärm hinweg. Boris sah sich um und entdeckte einen Lüftungsschacht über uns. Da rief er und zeigte nach oben. Schnell kletterten wir auf den Schrank, öffneten den Schacht und zogen uns hinein. Er war eng und staubig, aber verdammt nochmal unsere einzige Möglichkeit, hier unbeschadet herauszukommen. Wir krabbelten so schnell wir konnten, und die Geräusche des Chaos unter uns wurden immer leiser, je weiter wir den Schacht entlang rotten. Endlich, nach einer gefühlten Ewigkeit, sahen wir ein schwaches Licht vor uns. Wir erhöhten das Tempo und fanden uns kurze Zeit später am Ausgang des Belüftungssystems wieder. Boris stieß das Gitter auf und wir fanden uns in einem verlassenen Gang wieder. Es war unheimlich still, obwohl wir noch die entfernten Geräusche des Alarms und der Schüsse hören konnten. Hier muss es irgendwo einen Ausgang geben, sagte ich, während wir auf eine Treppe zusteuerten, die ins Erdgeschoss zu führen schien. Als wir hinaufstiegen, konnten wir überall um uns herum die Spuren des Angriffs sehen, Risse in den Wänden, zerbrochenes Glas und sogar gelegentlich eine Leiche. Die Treppe führte uns tatsächlich nach draußen und wir wurden von einem kalten Wind empfangen, Alarm schallte drakonisch durch die Dunkelheit. Über uns schwebten drei schwarze Luftschiffe mit auf den Boden gerichteten Scheinwerfern und ein Konvoi schwarzer schwerfälliger Panzer rollt an uns vorbei. Wir kauerten uns hinter eine nahe Mauer und versuchten mit bebenden Gliedern nicht entdeckt zu werden. Die Panzer waren anders als alles, was wir bisher gesehen hatten und die Kommandanten trugen dunkle Uniformen und schwarze Metallhelme. Sie sahen völlig anders aus als die Denisovaner, denen wir zuvor begegnet waren. Mein Gott, brachte Natalia mit angehaltenem Atem hervor. Neandertaler! Eines der hellen Lichter leuchtete nun genau auf uns. Wir erstarrten. Eine Gruppe von Neandertaler-Soldaten hatte uns entdeckt und richtete ihre Gewehre auf uns. Langsam hoben wir die Hände und sicher, was wir als nächstes tun sollten. Doch dann wurde einer der Soldaten von einer Kugel getroffen und flieh zu Boden. Wir drehten uns um und sahen eine Gruppe Denisovaner, die hinter einem ausgebrannten Fahrzeug in Deckung gingen, während sie auf die Neandertaler schossen. In dem ganzen Getümmel fassten wir uns ein Herz, sprinteten weiter in die Wildnis und konnten unser Glück kaum fassen, tatsächlich diesem durch den Schnee stapften, um uns so weit wie möglich von dem Gelände entfernt zu wissen. Ich habe die Karte, antwortete Natalia. Ich kann uns anhand der Sterne. Das meine ich nicht, sagte ich barsch. In diesen alten Lumpen kommen wir doch nicht weit. Es ist arschkalt. Ich gebe uns nicht mehr als ein bis zwei Stunden, bis wir erfrieren. Natalia blieb stehen. Und was schlägst du vor? Wir müssen zurückschleichen und einen ihrer Lastwagen klauen, sagte ich. Das ist die einzige Möglichkeit, es irgendwie Leben zur Höhle zu schaffen. Natalia zögerte, nickte dann aber zustimmend. Okay, so machen wir es. Boris schien nicht gerade glücklich darüber zu sein, aber selbst ihm war klar, dass sein Spaziergang durch den Schneesturm einem Todesurteil gleich kam. um nicht erwischt zu werden und das zahlte sich aus. Kein Soldat begegnete uns. Wir schlichen durch das Gebiet und machten uns auf die Suche nach einem funktionierenden Fahrzeug. Nach mehreren gescheiterten Versuchen, vor allem weil die meisten verschlossen waren, fanden wir schließlich ein großes Fahrzeug mit Ketten und einem Schneepflug, das in einem guten Zustand zu sein schien und nicht verschlossen war. Boris setzte sich an den Fahrersitz und begann an den Bedienelementen herum zu fummeln, aber das Fahrzeug rührte sich nicht. Glaubst du du kannst das Ding fahren? fragte Natalia als wir uns neben ihn setzten. Ich kann alles fahren, brummte er, aber seine Versuche das Fahrzeug zum Laufen zu kriegen waren vergeblich. Dann ertönten auf einmal Geräusche hinter uns. Wir müssen sofort von hier verschwinden, drängte ich, als die Geräusche der sich nähernden Soldaten immer lauter wurden. Nach einer gefühlten Ewigkeit heulte der Motor endlich auf und Boris grinste triumphierend. Doch als er losfahren wollte, ertönte ein Schuss und er sackte in seinem Sitz zusammen. Eine Kugel steckte in seinem Bauch. Völlig erschrocken entfuhr mir ein Schrei, aber Boris schaffte es irgendwie das Fahrzeug in Bewegung zu setzen. Nach ein paar Sekunden Fahrt bemerkten wir, dass uns ein anderes Fahrzeug im Nacken saß. Wir schlitterten über das eisige Terrain, während wir um Kurven fuhren und Hindernissen auswichen, die sich uns in den Weg stellten. Die Denisovaner im Verfolgungsfahrzeug feuerten auf uns und wir konnten die Kugeln an uns vorbeizischen hören. Natalian an Boris war auch nicht mehr allzu viel übrig. Boris wurde immer schwächer, aber er biss die Zähne zusammen und fuhr weiter, während sein Blut aus seiner Wunde troff. Natalia gab mir das Gewehr und versuchte Boris zu helfen, indem sie Druck auf seine Wunde ausübte, während sie gleichzeitig versuchte, die Karte auf ihrem Schoß im Auge zu behalten. Bleib bei uns, sagte sie mit zitternder Stimme. Boris stöhnte daraufhin, gab aber nicht auf. Die Strecke war unberechenbar und das Fahrzeug war immer schwieriger zu kontrollieren, je schneller wir durch den Schneesturm fuhren. Ich konnte die Panik in seinen Augen sehen, als er darum kämpfte, uns auf Kurs zu halten. Ich drehte mich um, schlug die Heckscheibe des Fahrzeugs ein und richtete das Gewehr auf unsere Verfolger in der bei der Rückstoß sich anfühlte, als hätte mich ein Güterzug geküsst. Wie sich schnell herausstellte, war ich ein miserabler Schütze und ich bekam das Gefühl, dass es überhaupt keinen Unterschied machte, ob ich zielte oder blind links drauf losfeuerte. Aber nach ein paar Schüssen sah ich, wie der Fahrer des Fahrzeugs in sich zusammensackte und das Fahrzeug vom Kurs abkam. Ich habe es geschafft, rief ich und drehte mich wieder zu Boris und Natalia um. Doch mein Triumphgefühl wehrte nicht lange, als ich sah, wie Boris kaum noch die Augen aufhalten konnte und seine Atmung immer flacher wurde. Boris, nein, schrie Natalia, bleib wach, bleib bei uns, Junge. Panik stieg in mir auf, als mir klar wurde, dass wir es ohne ihn nicht schaffen würden. Ich zumindest hatte nicht den geringsten Schimmer, wie er dieses Fahrzeug in Gang setzen konnte, geschweige denn, wie er es durch dieses unwegsame Gelände manövrierte. Doch ein paar Augenblicke später sah ich einen schwachen Schimmer in der Ferne. Es war eine Laterne, die an der Spitze des Funkturms befestigt war. Wir waren unserem Ziel verdammt nah. Wir sind fast da, sagte ich und deutete auf das Licht. Halte noch ein bisschen durch, Boris. Als wir die und blickte uns aus leeren Augen an. Tränen liefen ihm über das Gesicht und er hatte Mühe zu sprechen. Meine Familie, flüsterte er, seine Stimme war kaum zu hören, sag ihnen, dass ich sie liebe, sagt meine Frau und meiner Tochter Helena, sag ihr, ich wünschte Helena, 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 seine Worte verstummten, als er nach Luft schnappte und dann war es zu Ende. Wir schleppten ihn aus dem Auto und obwohl die Nacht eisig war und der Sturm um uns herum tobte, beschlossen wir ihn unter Schnee und Steinen zu begraben. Es war eine Ironie des Schicksals, dachte ich, dass ein Mann, der einst ukrainische Zivilisten terrorisiert hatte, nun von zwei von ihnen begraben wurde. Aber in seinen letzten Momenten hatte Boris Tapferkeit und Aufopferung bewiesen, wofür er Anerkennung verdiente, auch wenn dies das Leid, das er in der Vergangenheit verursacht hatte, nicht ungeschehen machte. Als Als wir den Rest zu Fuß antraten, was ein elendlanger Kampf gegen die Elemente war, da wir eine gefühlt 60-Grad-Steigung zu erklimmen hatten, konnte ich nicht umhin über die Komplexität des Krieges und den Tribut, den er von allen Beteiligten fordert, nachzudenken. Boris war ein Soldat, der Befehde befolgte und für sein Land kämpfte, aber am Ende war er als Retter für zwei Fremde aus dem Land gestorben, Ich dachte über diese andere Welt nach, über die Denisovaner und Neandertaler und wie sie in denselben Züglen sinnloser Gewalt gefangen zu sein schienen wie der Homo Sapiens. Traurigkeit überkam mich, als ich daran dachte, wie universell die Neigung zu Gewalt und Konflikten ist. Zurück auf unserer Seite decken wir das Loch, das in die andere Welt führte, mit großen Steinen ab, um zu verhindern, dass irgendjemand von dieser alternativen Erde auf die Unsere gelangte. Dann schicken wir einen anonymen Brief an Boris' Familie, um sie wissen zu lassen, dass er nicht als Kriegsverbrecher gestorben war und dass er sie liebte. Ich bin gelegentlich mit meinem Empfänger zu der Höhle zurückgekehrt, nur um mir selbst zu bestätigen, dass das, was wir durchgemacht haben, wirklich passiert ist, dass es tief in diesem Hügel eine Höhle zu einer anderen Welt gibt. Die Stimme hinter der Tür Anmerkung Teile dieser Geschichte beruhen auf wahren Begebenheiten Ein bisschen unheimlich sah der Bunker schon aus, den unser Drummer Julian als neuen Proberaum angemietet hatte. Die Wände raten hoch und bröckelig vor mir auf, überall rangte Efeu empor und der Putz fehlte bereits an so mancher Stelle. Die Dunkelheit und der Ströme der Regen taten ihr Übriges. Am unheimlichsten aber war der Eingang, eine angerostete dicke Gittertür, die hörbar knarrte, als wir sie aufschlossen. Innen sah es immerhin ein wenig besser aus, die Luft war nur halb so feucht in allem in einem akzeptablen Zustand. Die Treppe, die wir zu unserem neuen Proberaum hinaufstiegen, war hingegen deutlich abgenutzt, aber dank der Breite und der Tiefe der Stufen noch immer gut begehbar. Ich achtete genau darauf, dass meine nagelneue Gitarre auch nirgendwo aneckte. Ich hatte sie zwar sicher in die dazugehörige Gitarrentasche gepackt, aber ich musste ja mein Glück nicht herausfordern. So billig war sie auch wieder nicht gewesen. Die Treppe schraubte sich immer weiter in die Höhe und so langsam tat mir mein Rücken von dem Geschleppe ernsthaft weh. Immerhin trug ich ja nicht nur mein Instrument, sondern auch meine Verstärker-Kombo und das schon den ganzen Weg vom Bahnhof hierher. Allerdings hatte Julian nun mal nicht den ganzen Bunker gemietet, sondern nur einen Teil der oberen Etage. Das aber immerhin für einen Schnäppchenpreis, sonst hätten wir es uns gar nicht leisten können. Aber der Bunker war auch nicht besonders beliebt. Außer uns gab es nur einen Schützenverein, der ihn gelegentlich nutzte, und die Stadt war sich noch unschlüssig, ob sie ihn sanieren oder lieber einfach abreißen sollte. Das war dann auch der Nachteil an der ganzen Sache. Wir wussten nicht, wie lange wir hier proben konnten. Aber bis dahin war dieser Raum besser als gar nichts und irgendwie hatte der Schuppen auch einen schönen, kaputten Charme, der gut zu einer Goth-Rock-Band passte. Also schleppte ich mein Zeug weiter brav die Stufen hinauf, ohne zu murren. Unsere Sängerin Yvonne, unser Bassatim und unser zweiter Gitarrist Marco beschwerten sich ja auch nicht. Als wir endlich oben angekommen waren, begrüßte Julian uns bereits stürmisch. Er schien von unserem neuen Zuhause regelrecht begeistert zu sein und hatte dort schon sein Schlagzeug und seinen gesamten Recording-Kram aufgebaut. Hey Leute, herzlich willkommen. Ist das nicht geil hier? Ich war mir da nicht ganz so sicher. Vom eigentlichen Raum sah ich zwar außer einem robusten grauen Teppich Boden und der Bassdrum nicht besonders viel, aber der Vorraum, in dem Deckend. Eine nackte Halogenlampe baumelte an einem Kabel von der Decke und vor uns im Boden klaffte ein riesiges Loch, das locker mit einer Plastikplane abgedeckt worden war. Es sah ein bisschen aus wie eine Fallgrube, über die jemand ein paar Blätter gelegt hatte. Um zum Raum zu gelangen, musste man sich vorsichtig daran vorbeischieben. Alkohol während der Probe war hier eindeutig keine vermutete, dass es sich um die Toilette handelte. Kurz vor dem Eingang in unserem Proberaum gab es auch noch eine Tür, an der verschiedene Wimpel und Plakate hingen. Anscheinend ging es hier zum Vereinsraum des Schützenvereins. So still, wie es hier war, schien aber gerade niemand da zu sein. Ja, ein bisschen abgeranzt, oder? antwortete Yvonne. Und kalt, fügte Tim hinzu. Julian wirkte ein wenig gekränkt. Stellt euch nicht so an ihr, Mem. Drinnen habe ich geheizt und halbwegs trocken ist es auch. Ihr könnt euren Kram hier abstellen. Das taten wir dann auch. Ich musste zugeben, dass Julian sich Mühe mit dem Raum gegeben hatte. Wirklich warm war es hier zwar nicht, zumindest dann nicht, wenn man sich mehr als einen Meter vom Radiator entfernte, das am Bestes tat, um die Kälte zu vertreiben. Dafür gab es ausreichend Um. Außerdem gab es lustigerweise eine kleine Theke mit ein paar Barhockern in der Ecke. Auch dort war alles sauber und ordentlich. So aufgeräumt war das ja noch in keinem Proberaum von uns, sagte ich zu Julian. Der grinste und zeigte in Richtung eines kleinen Durchgangs am anderen Ende des Raumes. Der restliche Kram ist dort. Ich war neugierig und ging zusammen mit Yvonne in die Richtung, in die er gezeigt hatte. Dort gab es links und rechts Vertiefungen in den Wänden, in denen neben viel altem Kram, kaputten Heizungen, Schränken, Mikrowellen, Kabeln und anderem Schrott auch Verstärker, Gitarrenständer, Becken und weitere Teile von Julians Equipment lagen. Da werden wir auf jeden Fall nochmal aufräumen müssen, merkte Yvonne an, während sie das Chaos im Durchgang missmutig betrachtete. Später, erwiderte Julian mit einer Geragd. Als wir alle unseren Kram positioniert hatten, konnten wir endlich damit beginnen, ein paar unserer Songs zu spielen. Die Akustik in diesem Bunker war nicht die allerbeste, aber man konnte damit leben und zumindest die Gitarren-Soli kamen echt geil, wenn man den Hall ein wenig mehr aufdrehte. Auf jeden Fall machte es wie immer eine Menge Spaß, und das war ja die Hauptsache. Als wir gerade eine kleine Pause einlegten und der ein oder andere den Gang zu der nicht gerade einladenden, aber immer nicht stinkenden Toilette hinter sich gebracht hatte, ergriff Julian das Wort. Ey, ähm, Leute, mir ist letztes Wochenende etwas Abgefahrenes passiert. Es dürfte gegen Samstag so zwei Uhr nachts gewesen sein. Ich hatte an einer Idee für einen neuen Song gearbeitet und hatte dabei gerade die Drums aufgenommen, als ich plötzlich eine hohe Frauenstimme singen hörte. Erst dachte ich, dass ich es mir nur eingebildet hätte, aber sie fing immer wieder an zu singen. Allerdings nur, wenn auch ich spielte. In jedem anderen Proberaum hätte ich ja vermutet, dass die Stimme von einer anderen Band stand. Aber wie ihr ja wisst, gibt es außer uns und dem Schützenverein keine weitere Mieter hier. War schon nicht gruselig, um ehrlich zu sein. Ah ja, Geistergesang im Proberaum. Nahm Julian uns jetzt auf den Arm wäre ja nicht das erste Mal gewesen. Ein Blick in die Runde zeigte mir, dass ich nicht als einziger so skeptisch war. Um zwei Uhr am Samstag und du bist dir sicher, dass du nicht einfach nur übermüdet und betrunken warst, wandte Marco dann auch ein. Julia machte ein wütendes Gesicht. Klar, als wäre ich so ein Säufer. Wenn ihr mir nicht glaubt, der Bartheke in der Ecke des Raumes stand. Über eben dieser Theke war auch ein Regal angebracht, auf dem sich eine ganze Reihe voller leerer und halbleerer Spirituosen und Bierflaschen befand. Julian hätte also zumindest die richtige Ausstattung für ein Saufgelage gehabt. Jedenfalls fuhr er den Rechner hoch und suchte nach der entsprechenden Datei, während wir anderen geduldig warteten. So, ich spannt mal die Lauscher auf. Er startete den Player und drehte die Boxen auf. Sofort begann ein gezupftes Gitarren-Solo, dem nach einigen Sekunden die ersten Schlagzeugtakte folgten. Und tatsächlich, man hörte eindeutig eine hohe, geisterhafte Frauenstimme. Sie sang keine bestimmten Worte, aber irgendetwas an ihr ließ mich innerlich zittern. Da, hört ihr es? fragte Julian in die Runde. Tim sah noch immer skeptisch aus. Dir ist schon klar, dass das gar nichts beweist? Du könntest dir auch irgendwo ein Sample besorgt und das reingemischt haben. Nun sah Julian wirklich angepisst aus. Nennst du mich etwa ein Lügner? Nein, warf Yvonne ein, bevor die Situation noch eskalieren konnte. Das ist kein Fake. Es klingt einfach zu echt. Irgendwas daran jagt mir echt Angst ein. Marco und ich stimmten ihr darin ebenfalls zu und am Ende lenkte auch Tim ein. Sorry, Julian, ich wollte dich nicht als Lügner bezeichnen, aber du musst schon zugeben, dass es ein wenig sehr fantastisch klingt. Nun wirkte Julian halbwegs versöhnt. Klar, ich wollte es ja selbst nicht glauben, aber diese gruselige Stimme war leider wirklich da. Ihr könnt euch vorstellen, was für einen Schiss man da bekommt, erst recht, wenn man in so einem Gebäude alleine ist. Er schloss mit einer Geste den ganzen riesigen und schon ziemlich heruntergekommenen Bunker ein. Woher diese Stimme kam, kann ich nur vermuten. Den Bunker hier gibt es ja schon sehr lange. Vielleicht ist es das gequillte Opfer irgendeines kranken Nazi-Experimentes, das selbst Nun geht aber echt deine Fantasie mit dir durch, warf Marco daraufhin ein. Ich erwartete nun fast einen Wutausbruch, aber Julian zuckte nur mit den Schultern. Finden wir es doch einfach selbst daraus. Wie meinst du das? hakte ich nach. Nun, nur ein kleiner Teil des Bunkers ist für uns überhaupt zugänglich. Die restlichen Türen sind verschlossen. Aber bei einer davon habe ich etwas nachgeholfen. Wir können uns also ruhig mal umsehen. Ich habe genug Taschenlampen für alle. Er zeigte auf den Haufen Gerümpel und grinste breit. Es hatte nicht viel Überredungskunst von Julian gebraucht, um uns von dem kleinen Abenteuer zu überzeugen. Und so folgten wir ihm zu der besagten Tür, die sich eine Etage tiefer befand. Als wir dabei erneut an dem und fragte Julian danach. Das ist so eine Art wilde Müllkippe, nichts Verderbliches zum Glück. Zumindest riecht es nicht so. Aber es ist vollgestopft mit Schrott, Plastikresten, Pappe und anderem Kram. Wahrscheinlich haben sich hier schon Generationen von Mietern den Weg zur Mülltonne erspart. Er zog die Plane weg und gewährte uns einen Blick auf den Raum unterhalb des Lochs. Julian hatte nicht zu viel versprochen. Dort unten gab es angerostete Fahrräder, alte Autoreifen, Unmengen zerstörter Kabel, alte Verpackungen, Flaschen, Zeitungen, Bierkisten und eine Vielzahl von sonstigem Abfall, aber glücklicherweise wirklich nichts Organisches. Zwar war die Luft, die von dort unten hochzog, abgestanden und muffig, aber es rauch weder nach Schimmel noch nach verdorbenen Lebensmitteln. Trotzdem war es kein besonders erbaulicher Anblick, wie sich der Unrat beinahe vom Boden bis zur Decke stapelte. »Haben die alle noch nie was von Mülltonnen gehört?« kommentierte Tim trocken. »Sieht jedenfalls nicht danach aus«, erwiderte ich. »Naja, lass uns weitergehen, so wirklich spannend ist das ja nun auch wieder nicht. Julian nickte und zog die Plane über das Loch. Dann setzten wir uns wieder in Bewegung. Als wir an der Tür angelangt waren, die uns in die steinigen Eingeweide des alten Bunkers führen sollte, sahen wir bereits, dass sie lose in den Angeln hängen. Julian blickte uns ein wenig stolz an, fühlte sich aber trotzdem genötigt zu bemerken, die überlegen ja ohnehin den Bunker abzureißen. Insofern habe ich ihnen nur ein wenig Arbeit erspart. Ohne ein weiteres Wort öffnete er die knerzende Metalltür und trat mit gezückter Taschenlampe in die Dunkelheit. Ich folgte ihm direkt. Hinter mir kamen nacheinander Yvonne, Tim und Marco. Dabei begann mein persönliches Abenteuer direkt mit einem Fehltritt, bei dem ich mir beinahe den Fuß verstaucht hätte. Verdammt, Julian, hättest du uns nicht warnen können? Er drehte sich zu mir um und sagte lakonisch und ging dann einfach weiter. Im Inneren dieses verborgenen Raum ist roch es nach bröckelndem Putz und staubigem Gestein. Außerdem war es sogar noch kälter als im Rest des Gebäudes und von irgendwoher kam ein frischer Luftzug. Es stammte nicht von der Eingangstür, denn die hatte Marco gerade laut knallend hinter uns geschlossen. Unsere kleinen Taschenlampen schickten zuckende Lichtstrahlen durch die staubige Dunkelheit. Dabei entdeckte ich, dass der Raum, in dem wir uns befanden, leer war, wenn man von Hunderten von Stolperfallen aus herausgelöstem Gesteinsbrocken einmal absah und neben dem Eingang zwei weitere Durchgänge besaß. Eine dicke Stahltür zu unserer Linken, die von der Lage her zu dem abstoßenden Müllraum führen musste und einen türlosen Durchgang ganz am Ende des Raums. Julian ging in Richtung des offenen Durchgangs, was ja auch Sinn ergab, da der Müllraum wenig einladend und zudem verschlossen war. Also folgte ich ihm. Allerdings hörte ich bereits nach wenigen Schritten ein Geräusch. Es kam direkt aus dem Abfallzimmer. Was war das? Fragte ich erschrocken in Julians Richtung. Wahrscheinlich ist nur ein Fahrrad umgefallen. Sei nicht so ein Schisser. Mir lag eine schnippische Bemerkung auf der Zunge, aber mir war nicht Warum sollte ausgerechnet jetzt etwas umfallen? Der Raum war doch sicher schon seit Monaten, wenn nicht Jahren in dem Zustand und Julian hatte nicht erwähnt, dass er kürzlich Müll dort hineingeworfen hatte. Selbst wenn also der Müll das Geräusch verursacht hatte, musste etwas ihn umgeworfen haben. Die einzige halbwegs beunruhigende Erklärung dafür waren Ratten und auch die Erklärung gefiel mir nicht. Ich hasste diese Viecher. Schweigend gingen fallenden Raum die Taschenlampen immer auf den Boden gerichtet, um nicht den vielen Stolper Fallen zum Opfer zu fallen. Ich hörte die Schritte von Yvonne, Tim und Marco hinter mir. Aber niemand von ihnen sagte ein Wort. Die Anspannung war förmlich zu greifen. Endlich waren wir durch den ersten Raum hindurch. Es folgte ein weiterer leerer Raum, der aber viel kleiner war und an dessen Ende eine zerbröckelnde Treppe nach unten führte. Diese krochen wir förmlich hinunter, da die Stufen alle sehr schmal und alles andere als trittsicher waren. Zweimal wäre ich beinahe abgerutscht und auch Yvonne und Tim mussten das ein oder andere Mal um ihr Gleichgewicht kämpfen. Ungefährlich ist das hier aber nicht, merkte Marco an und wirkte dabei bereits ein wenig genervt. No risk no fun ertönte Julians Stimme von vorn, der bereits am Ende der Treppe angelangt war und gerade um die Ecke verschwand. Seine Schritte machten dabei ein hallendes Geräusch. Hey, macht mal schneller und schaut euch das an. Das ist der Wahnsinn, rief er aufgeregt. Wir taten unser Bestes, um seiner Aufforderung Folge zu leisten. Ich erreichte als nächstes das Ende der einen großen Raum, der wirklich ziemlich cool war. Offensichtlich handelte es sich dabei um eine alte Disco, die in den frühen 80ern stehen geblieben war. Ein Plakat kündete von einem Punk-Konzert am 12. Oktober 1983, ein anderes von einem Disco-Abend am 21. November. Es gab alte Bierdeckel, Werbeplakate, Graffiti und einige hölzerne runde Stehtische. Auf einem davon stand ein Plastikbecher aus dem wohl irgendjemand vor Jahrzehnten das letzte Bier getrunken hatte. Von der Decke hing eine Disco-Kugel, von der bereits einige der reflektierenden Elemente fehlten. Und zu unserer Rechten am Ende des Raumes stand auch noch eine Bühne von schätzungsweise sechs Metern Breite und drei Metern Tiefe. Vereinzelt hatte man sogar noch das alte Equipment dort liegen lassen. Bunte Scheinwerfer, lose Kabel, vorsintflutliche Boxen und ein recht abgeranztes Mischpult. Das meiste aber fehlte und es war selbst ohne die Veranstaltungsplakate klar, dass die Disco schon lange nicht mehr in Betrieb war. Wow, das wäre eine endgeile Location für ein Musikvideo, freute sich Tim und ich musste ihm dazustimmen. Schade, dass es hier keinen Strom mehr gibt, sonst könnte man auch mal ein Konzert spielen, ergänzte Yvonne und auch das hielt ich für eine coole Idee. Ich glaube aber nicht, dass irgendeine Versicherung dafür aufkommt, wenn sich hier jemand das Bein bricht oder an der Blutvergiftung drauf geht, fügte ich hinzu. Julian schüttelte den Kopf. Versicherung? Das hier ist Rock'n'Roll, nicht das Rentnerfest der Volksmusik. Lass uns das auf jeden Fall angehen. Irgendwo kriegen wir schon Strom mehr. Aber jetzt will ich erst mal sehen, was es hier sonst noch Cooles gibt. Kurze Zeit später stieg Julian eine weitere Treppe hinab. Ich drehte mich zu den anderen um. Wollt ihr auch mitkommen? Yvonne schüttelte den Kopf. Geht ruhig schon mal vor. Ich schaue mir das hier noch eine Weile an. Der Rest des Bunkers läuft ja nicht weg. Marco und Tim wollten ebenfalls bleiben. Also folgte nur ich Julian die Treppe hinunter. Diesmal waren die Stufen weitaus besser in Schuss und die Treppe war auch nicht so tief. An ihrem Ende mussten wir dem Verlauf des Ganges nach links folgen und verloren so unsere Band Kollegen aus dem Blick. Wieder war Julian schneller als ich. Hey Chris ich habe schon wieder was entdeckt. Ich beeilte mich zu ihm aufzuschließen. Was denn? Noch eine Disco oder diesmal ein Strip Club? fragte ich im Laufen. Als ich in den kleinen Raum eintrat, in dem er sich befand, zeigte er stattdessen auf mehrere Kanister und Fässer. Viele davon waren mit Warnsymbolen versehen. Es gab Reinigungsmittel, Chemikalien, ein Fass voller Diesel und viele weitere Substanzen, die mich in dieser Zusammenstellung eher beunruhigten. Wenn hier ein Feuer ausbricht, hat man Spaß, bemerkte ich dazu. Auf jeden Fall, sagte Julian und grinste breit. Ihm schien die Aussicht eines brennenden kombiniert mit giftigen und ätzenden Dämpfen nicht wirklich Kopfschmerzen zu bereiten. Der Raum hatte insgesamt eine äußerst seltsame Atmosphäre. Es waren nicht die Chemikalien allein, auch wenn ich vor denen schon seit meiner Kindheit einen sehr gesunden Respekt hatte. Man konnte es schon fast eine Phobie nennen. Was aber ebenso seltsam war, war die vergitterte Tür zu unserer Linken, durch die Schlössern gesichert war, dass man sie unmöglich ohne entsprechendes Werkzeug öffnen konnte. Irgendwie drängte sich mir die Vorstellung eines grauenhaften Gefängnisses auf, durch das man das Tageslicht und die Freiheit zwar sehen, sie aber doch niemals erreichen konnte. Plötzlich wollte, nein, musste ich ja einfach weg. Ich drehte mich zu Julian um, um ihm genau das zu sagen und sah seinen abgetrennten Kopf aufgespießt auf der Hand einer dürren, haarlosen und lippenlosen Kreatur, die wie aus dem Nichts aufgetaucht war. Ein streng süßlich, saurer Geruch ging von ihr aus. Sie sah mich aus hellen, blauen Augen an und zeigte mir ihre scharfen weißen Zähne. Hinter ihr standen zwei weitere Wesen, die fast genauso aussahen. Er ist geeignet, sagte das Wesen, das Julians Kopf auf seiner bloßen Hand aufgespießt hatte. Seine Stimme war schrill, kratzig und hoch. Das ist er, stimmten die anderen beiden wie aus einem Mund und einer ähnlichen Tonlage zu. Eigentlich sollte ich jetzt versuchen wegzurennen, wie es jeder vernünftige Mensch getan hätte. Das war mir durchaus bewusst. Aber erstens war ich viel zu schockiert und erschüttert über Julians Tod und das Erscheinen dieser Kreaturen, um auch nur an Flucht zu denken und zum anderen packte mich plötzlich eines der Wesen an beiden Armen und hielt mich mit eisenharten Griff fest. Was wollt ihr von mir? brachte ich endlich heraus. Yvonne! Marco! Tim! Helft mir! Das Wesen, welches Julians Kopf auf seine Hand gespießt hatte, beugte sich tief zu mir hinunter. Sein Atem stank nach Schimmel und Fäulnis. Sie können dir nicht helfen, flüsterte das Ding mir zu. In seinen Augen leuchtete gehässige Freude. Du kannst nichts tun. Nur essen. Erst verstand ich nicht, was das Wesen meinte. Dann aber beugte sich eines der beiden anderen Geschöpfe vor und wirkte Dinge auf den dreckigen Bunkerboden. Erst als ich genauer hinsah, realisierte ich, dass es sich dabei um verdorbene Nahrungsmittel handelte. Alte Brötchen, vergammeltes Fleisch und fauliges Gemüse. Sie alle waren in eine feine, schleimige Schimmelschicht gehüllt, die wohl direkt aus dem Inneren des Wesens gekommen war. Du musst essen, wiederholte das Ding, während es mit den anderen den Raum verließ und irgendwelche seltsamen, singartigen Laute murmelte. Unser Essen oder ihn? Es zeigte dabei auf den kopflosen Julian, dann schloss es die Tür und verließ mit den anderen beiden den Raum. Sofort versuchte ich, nun endlich aus meiner Starre erwacht, die Tür zu öffnen. Ich rüttelte mit aller Kraft daran. Ich schlug mit einem herumliegenden Stück Schrott darauf ein, aber ich konnte der Tür einfach nichts anhaben. Angewidert sah ich auf das schimmlige Essen am Boden und auf den kopflosen Julian. Ich würde weder ihn noch diesen Abfall anrühren. Stattdessen ging ich zur Gittertür und schrie mir die Seele aus dem Leib. Aber kein Laut verließ meine Kehle. Ich rüttelte an dem Gitter, aber auch das verursachte kein Geräusch. Es war, als hätte das Wesen jegliche Töne aus diesem Raum verbannt. Ich schlug erneut mit dem Schrottstück auf die Tür ein, aber auch diesmal ertönte kein einziger Laut. Erst jetzt erinnerte ich mich daran, dass meine Schläge auch vorhin seltsam stumm geblieben waren. Ich hatte es in der Panik noch nicht wirklich bemerkt. Und jetzt dämmerte mir auch, was das bedeutete. Niemand würde mich hören und retten können, nicht einmal durch einen glücklichen Zufall. Ich würde am Ende tun müssen, was diese Wesen verlangten oder verhungern. Die Disco war wirklich abgefahren und Yvonne konnte sich gut vorstellen, dort ein Konzert zu spielen. Vielleicht auch nur an Platt. Jedenfalls hatte dieser alte 80er-Charme zweifelsfrei Klasse. Trotzdem hatte sie nun langsam genug Zeit hier verbracht und es war an der Zeit, nach Christian und Julian zu sehen. Nicht, dass die beiden noch irgendwo gestolpert waren und sich den Kopf angeschlagen hatten. Yvonne wollte gerade nach Tim und Marco rufen, als plötzlich eine hohe Stimme zu singen begann, die sie sehr stark an die Geisterstimme von Julians Aufnahme erinnerte. Beinahe gleichzeitig flackerten die herumliegenden Scheinwerfer auf und das, obwohl sie weder eingestöpselt waren, noch eine funktionierende Stromversorgung besaßen. Was geht denn hier ab? rief Tim, der zusammen mit Marco am anderen Ende des Raumes in der Nähe der Bühne stand. Keine Ahnung, erwiderte Yvonne, aber ich habe kein gutes Gefühl dabei. Dann begann der Albtraum. Auf der Bühne erschien ein dürres, hässliches, halbnacktes Geschöpf mit wenigen strähnigen Haaren und beinahe ohne Lippen. Es trug zwar ein zerfetztes, rotes Abendkleid, war aber definitiv kein Mensch. Doch ungeachtet dessen und trotz seiner fehlenden Lippen sang es. Es sang die seltsame, fremdartige Melodie von Julians Aufnahme. Völlig schockiert vom Anblick des albtraumhaften Wesens rannten Tim und Marco von der Bühne fort und auf Yvonne zu. Keinen Moment zu früh, denn aus den Wänden materialisierten sich bereits einige Sekunden später weitere Dürre Gestalten, die der Sängerin fast bis aufs Haar glichen. Einige von ihnen waren nackt, andere trugen zerrissene Jeans, abgewetzte Lederjacken mit Nieten oder löchrigen T-Shirts, auf denen noch Logos von Bands wie den Ramones oder den Dad Kennedys zu erkennen waren. Trotzdem konnte man ihren mitleidslosen blauen Augen ablesen, dass ihnen nicht der Sinn nach Bier oder Pogo stand, eher noch nach Blut und Gemetzel. Die Kreaturen begannen sich langsam auf Yvonne und die anderen zu zu bewegen. Und dabei ging ihnen ein atemberaubender Gestank voraus. Und was jetzt? fragte Tim mit angespannten Stimme. Rauf hier, erwiderte Marco panisch. Was denn sonst? Aber Julian und Chris sind noch dort unten, wir können sie doch nicht im Stich lassen, wandte Yvonne ein. Doch genau in diesem Augenblick tauchten weitere fremdartige Wesen aus der gleichen Richtung auf, in die Julian und Christian vorhin verschwunden waren. Sie bildeten eine lebendige Wand, durch die es beim besten Willen kein Durchkommen gab. Sie hatten keine Chance, Julian und Christian zu Hilfe zu kommen. Zumindest im Moment nicht. Das musste Yvonne leider einsehen. Weg hier, es sind zu viele. Wir kommen später wieder mit der Polizei, dem Militär oder den verdammten Ghostbusters. Jedenfalls holen wir sie dort raus. Aber erst mal müssen wir zweimal sagen. Gemeinsam rannten die drei Musiker Richtung Treppe, während der geisterhafte Gesang des Albtraumwesens und die Meute an nichtmenschlichen Punks ihnen folgte. Und ihre Flucht begann keinen Moment zu früh. Denn die Kreaturen, die sich bisher beinahe zombiehaft langsam bewegt hatten, begannen plötzlich ebenfalls zu rennen. Und sie waren verdammt schnell. Gleichzeitig spürte Yvonne den aber auf irgendeine Art auch berührenden Gesang zuzuhören. Aber sie widerstand der Versuchung. Genauso wie Tim nahm sie Stufe um Stufe um den ekelhaften Gestalten zu entkommen. Aber wo war Marco? Ihn konnte sie nirgendwo entdecken. Erst als sie sich umdrehte und dazu kurz stehen blieb, entdeckte sie ihn mit verzücktem Gesicht am Fuß der Treppe. Lächelnd ging er seinem Untergang in Form von zwei Dutzend Wesen entgegen, die sich bereits gierig mit ihren langen Zungen über ihre lippenlosen Münder fuhren. Ein widerlicher Gestank ging von der Meute aus. Wie konnte Marco nur? Aber eigentlich wusste sie die Antwort. Der Gesang. Es war dieser verfluchte Gesang, der Marcos Sinne derart benebelte. Sie hatte den Einfluss ja selber gespürt. Yvonne überlegte zuerst, ihn da rauszuholen. Aber es war bereits zu spät. Die Wesen hatten Marco erreicht und nahmen ihn beinahe zärtlich in die dürren stinkenden Arme, während eines von ihnen seinen Kopf packte und ihm etwas gab, das wohl ein Kuss sein sollte, insofern so etwas ohne Lippen überhaupt möglich war. Jedenfalls wusste Yvonne instinktiv, dass Marco verloren war, und sie hasste sich zwar dafür, aber sie weitergelaufen, wenn auch sicher nicht aus Feigheit oder Gleichgültigkeit, sondern weil er Marcos Verschwinden vor lauter Adrenalin und Todesangst gar nicht bemerkt hatte. Sie beeilte sich zu ihm aufzuschließen, während die ersten Wesen bereits die Treppenstufen hinaufstiegen. Als sie den Raum erreichte, durch den sie diese Hölle überhaupt erst betreten hatten, sah sie Tim wieder. Er hatte sich von irgendwoher eine rostige Eisenstange besorgt und hielt damit gleichzeitig drei von diesen Kreaturen auf Abstand. Einer von ihnen hatte sogar den linken Arm oberhalb des Ellenbogens halb abgetrennt, sodass dieser nutzlos an dem Wesen herunter baumelte. Yvonne war beeindruckt. Sie wusste zwar, dass Tim seit vielen Jahren Kampfsport machte, aber dass er sich so gut gegen diese Höllengeschöpfe behauptete, war dennoch überraschend. Sie machte sich bereit, ihnen gegen die Kreaturen beizustehen, auch wenn sie nicht glaubte, dass das einen großen Unterschied machen würde. Tim hatte sie aber rückwärtssprung von einem zubeißenden Kopf in Sicherheit brachte. Lauf weg und Hilfe! Ich halte die Wichser so lange auf und komme gleich nach. Du kannst dir eh nichts ausrichten. Zwar schmetterte Tim kurz darauf die Eisenstange mit aller Macht auf den Schädel eines der Viecher, dessen Kopf sich sofort ungesund verformte, aber Yvonne wusste dennoch, dass der Wahnsinnige sich opfern wollte. Das wurde ihr umso klarer, als sie sah, dass die Kopfverletzung keinen besonderen Eindruck auf das Wesen machte. Es setzte seine Angriffe mit unverminderter Kraft fort. Nichts da! Die Macho Tour zieht nicht! Du kommst jetzt mit! Keine Widerrede! In diesem Augenblick öffnete sich die Tür des geheimnisvollen Müllraums und spuckte drei weitere der Kreaturen aus, die sich sofort auf Tim stürzten. Es brauchte keine weiteren Worte, sondern allein einen einzigen Blick des Bassisten, um Yvonne klarzumachen, was sie ihr mitteilen wollte. Lauf, damit mein Opfer nicht auch noch umsonst war. Und das tat sie auch. Sie rannte so schnell sie konnte in Richtung Ausgang. Trotzdem konnte sie nicht widerstehen, noch einen kurzen Blick in den Müllraum zu werfen. Was sie dort sah, würde sie ihr Leben lang heimsuchen. Sie hatte Ähnlichkeit mit den anderen Wesen, war aber um ein Vielfaches größer, grotesk aufgebläht und hatte riesige herabhängende Brüste. Ihre fahle gelb-graue Haut war von dicken, blauen, pulsierenden Adern durchzogen. Vor allem aber besaß sie eine Art Geburtskanal, aus der sie gerade eines ihrer abscheulichen Kinder hervorpresste. Dieser Anblick allein gab Yvonne noch einmal Kraft an den Kreaturen vorbei und aus dem Bunker heraus zu laufen, wo sie in der inzwischen hereindämmernden Dunkelheit verschwand und niemals wiederkehrte. Ich wusste nicht, wie viel Zeit vergangen war. Zwar konnte ich den Wechsel der Tage durch das Gitter beobachten, aber die Aussichtslosigkeit meiner Lage ließ mich schnell jedes Interesse daran verlieren. Ich hatte so viel geschrien und getobt, dass meine Kehle schmerzte und meine Hände und Füße wund und blutig waren. Trotzdem war niemand gekommen, um mir zu helfen. Einige Male war sogar jemand am Gitter vorbeigelaufen, aber dennoch hat mich kein einziger von diesen Passanten je gehört oder gesehen, egal wie sehr ich versucht hatte, auf mich aufmerksam zu machen. Das Sonnenlicht, das Mondlicht, das Lachen und die Gespräche der Leute, der Autolärm, alles drang zu mir herein, aber nichts drang heraus. Ich saß in diesem abscheulichen Gefängnis fest, ohne jegliche Aussicht auf Rettung, denn irgendwie wusste ich auch, dass die anderen mir nicht zu Hilfe kommen würden. Wahrscheinlich waren sie tot oder geflohen. Julian hatte inzwischen begonnen, merklich zu verwesen und auch das ekelhafte Essen wurde mit jeder Stunde abscheulicher. Trotzdem brachte mich der Hunger fast um und Julian konnte ich ja wohl noch weniger anrühren. Das vergammelte Brötchen sah ja eigentlich gar nicht mal so schlimm aus verglichen mit dem Rest. Vielleicht nur einen Bissen, wenn ich zuvor den Schimmel abkratze. Geiles Riff, Frank. Das ist da gleich doch mal zu Jam. Aber erstmal brauche ich eine Pause. Thorsten stellte seinen Bass zur Seite und pflanzte sich einfach auf den nackten Bunkerboden. Oh, Leute, noch so eine Nacht stehe ich nicht durch. Diesmal lasse ich die Finger vom Alkohol. Einfach nur zu Ende proben und dann ab ins Bett. Steffen zog eine Schnute. Hey, Torsten, du halte Party Bremse. Willst du als nächstes Rente beantragen? Aber gut, wenn du nicht feiern willst, habe ich einen anderen Vorschlag. Ich höre, gab Thorsten zurück. Nun, wir könnten den Bunker hier erforschen. Hier gibt es ein paar echt üble Legenden. So eine Frau, die mit ihrer Band vor Jahren hier geprobt hatte, ist irre geworden und hat erzählt, dass irgendwelche Viecher aber im Ernst, letztens als ich hier allein gezockt hatte, habe ich tatsächlich so eine komische Stimme aus dem Nichts gehört und aus diesem Raum, wo die ganzen Abfälle liegen, kamen seltsame Geräusche. Ah ja, und einmal könnte ich schwören, dass sich dieses rostige Gitter am Eingang bewegt hätte. Kein Scheiß. Du spinnst doch total, antwortete Frank. Aber von mir aus können außer Thorsten natürlich. Der brauchte seinen Schönheitsschlaf. Die verkrüppelte Straße Regen fällt stark gegen die kalte Scheibe, nur damit der Wischer ihn zur Seite schiebt. Die Nacht bricht ein und tunkt alles in ein beunruhigendes Schwarz. Das Rauschen des Radios übertönt mehrmals den Niederschlag und heulenden Wind. Bäume ragen hoch über die grau asphaltierte Straße hinaus und sehen beurteilend auf uns herab. Meine Frau flucht leise neben mir, während sie an einem der Steuermodule hantiert. Ist schon gut, ich glaube, du wirst da nichts mehr empfangen, lache ich nervös, während ich ein paar hastige Blicke zu ihr werfe, doch ich wage es nicht allzu lange, meine Konzentration von der Straße abzuwenden. Jede noch so kleine Unachtsamkeit könnte in dem Fall zu einem Unfall führen. Die zweispurige Fahrbahn schlängelt sich schon fast absurd scharf um Baumstämme herum. Es ist nicht, als würde sich die Straße durch das Dickicht durchgraben, sondern eher, als ob sich der Weg dem Wald anpasst und dadurch gelenkt wird. Ich weiß, aber es kann nicht sein, dass es keinen einzigen Sender empfängt. Bist du sicher, dass es nicht einfach kaputt ist? Es sollte funktionieren, sonst würde es keinen Rauschen von sich geben, oder? Ich warte einige Sekunden, bis ich hinzufüge, aber ich weiß nicht, wie dieses Zeug funktioniert. Alice seufzt und sagt zurück auf ihren Sitz. Wieso hasst mich die Welt so? Ich will nur etwas Musik hören. Du armes, du tust mir fast schon leid. Einige unangenehm stille Sekunden vergehen, ohne dass wir ein einziges Wort verlieren, bis ich meine Stimme erneut hebe, diesmal etwas genervt und könntest du vielleicht dieses blöde Radio abstellen, ich will nicht mit diesem nervtötenden Geräusch fahren. Sie reißt ihre Augen überrascht auf, als würde sie es erst jetzt bemerken. Hektisch schaltet sie es ab und sieht zu mir hoch. Entschuldigung, mummelt sie zwischen zusammengepressten Zernen heraus. Die Scheinwerfer bohren sich durch die Finsternis wie ein Messer. Regen lässt die Umgebung wie einen dieser alten verkratzten Filme wirken. Alles wirkt verblichen. Es sieht grau und brüsk aus. Nur der gelbe Farbstreifen in der Mitte leuchtet grell auf, als wäre er gerade neu gestrichen worden. Merkwürdigerweise sieht die ganze Straße äußerst neu aus, als wäre sie erst vor ein paar Tagen restauriert worden. Ich mag jetzt nicht negativ sein, aber ich glaube, wir werden eindeutig zu spät kommen. Ich schaue erneut zu ihr. Alice tippt auf ihrem Handy herum. Das Display illuminiert ihr Gesicht blau. Sie starrt weiterhin auf den Bildschirm. Verdammt nicht einmal Empfang gibt es hier. Hast du überhaupt gehört, was ich gesagt habe? Irritiert sieht sie auf. Was hast du gesagt? Ich meine, vergiss es. Deine Eltern werden richtig sauer sein. Ich kann es bereits fühlen, wie sie uns beide verfluchen. Sie schaltet ihr Smartphone aus und legt es ins Handschuhfach vor ihr. Wenn ich wenigstens anrufe, sie krallt sich urplötzlich an ihren Sitz fest. Stopp! Ich reiße mein Lenkrad um, nur um ein paar Zentimeter einem Baumstamm, der auf der Straße liegt, zu umkurven. Das Auto schlingert und rutscht über die nasse Straße. Meine Hände zittern, als ich versuche, den Wagen wieder unter Kontrolle zu bringen. Wir sollten... Mit zittriger Stimme unterbricht Alice mich. Ja, gehe ein wenig vom Gas runter. Lieber vor meinen Eltern Ärger bekommen, als hier zu verrecken. Ich atme tief ein und aus, um mich wieder zu beruhigen. Die Spannung nimmt langsam wieder ab. Wind peitscht gegen das Auto und schüttelt es kräftig durch. Hey, könnten wir vielleicht kurz stehen bleiben? Flüstert Alice schüchtern. Ich runzle die Stirn. Wieso? Wenn du Angst hast wegen... Nein, aber ich muss jetzt pissen. Wispert sie jetzt noch leiser. Natürlich muss sie das. Eigentlich will ich diese Reise nicht noch weiter unnötig in die Länge ziehen. Perfektes Timing. Du hättest es nicht besser treffen können. Schäm dich. grunze ich emotionslos mit einem leichten Hauch von Sarkasmus. Ich kann im Blickwinkel sehen, wie sich ein mattes Grinsen auf ihren Lippen ausbreitet. Kann nichts dafür. Also können wir zur Seite fahren? Ich kann mir schwer ein Lächeln verkneifen. Unter deinem Sitz ist glaube ich ein Regenschirm. Ich werde sobald ich kann zur Seite fahren. Wenige Meter vor uns finde ich bereits eine Gelegenheit und ich drehe zum Straßenrand. Vorbildlich schalte ich die Blinke ein. Nicht als würde es viel bringen. Es ist seit Stunden kein weiterer Wagen vorbeigefahren. Aber es schadet auch nicht. Alice zieht ihre Regenjacke an und nimmt den orangen Regenschirm mit. Ich bin gleich wieder da! ruft sie und steigt aus. Die Tür knallt zu und lässt eine eigenartige Stille zurück. Nicht einmal den Regen kann ich durch die dünnen Wände hören. Ich räuspere mich und tippe mit meinen Händen in einem undeutlichen Rhythmus gegen das Lenkrad. Nervosität breitet sich in meinem Körper aus. Wieso fühle ich mich so unwohl? Ich kann das Gefühl nicht abschütteln, dass etwas Schreckliches passieren wird. Ich hoffe, dass Alice gleich wieder zurückkommt. Der Wind Die Zeit scheint einfach nicht zu vergehen. Sekunden fühlen sich wie Minuten an. Jede Minute wie Stunden. Alice kann doch nicht so lange brauchen. Die Bäume bilden eine beinahe massive Wand neben mir und scheinen unendlich tief in die Dunkelheit zu reichen. Schatten bilden sich zwischen den Stämmen, die auf eine groteske Weise immer humanoider wirken. Als würden sie sich aus der Dunkelheit formen und zusammen wachsen. Gliedmaßen setzen sich mit Gliedmaßen zusammen. Oberkörper verranken und verknoten sich ineinander. Mal wird es an ein paar Stellen dunkler, mal wird es an ein paar Stellen heller. Und desto aufmerksamer ich in den tiefen Wald blicke, umso deutlicher kommen vier gelbe Punkte zum Vorschein, die wie ein Licht immer wieder an- und ausgehen. Nein, die Dunkelheit spielt mir nur einen Streich. Ich zucke zusammen, als etwas leicht humpelnd um den Wagen schlendert. Regen teilt sich, um eine Gestalt zu offenbaren, verschluckt von Schatten. Mein Herzschlag wird schneller und pocht intensiv gegen meinen Brustkorb. Etwas kommt mir an diesen Bewegungen unnatürlich vor. Sie sind zu ruckhaft und sehen schmerzhaft aus, als würden sich Gelenke aus- und wieder einrenken. Hände streifen an der Wagentür und bekommen festen Halt am Griff. Die Tür schwingt unbehaglich langsam auf. Regen prasselt herein. Es ist zu dunkel, um irgendetwas vernünftig zu erkennen. Die einzige Lichtquelle kommt von den Scheinwerfern vor mir. Wir können weiter, höre ich Alice sagen und atme erleichtert auf. Okay, dann hoffen wir, dass wir doch noch rechtzeitig ankommen, antworte ich mit aufgesetzt fröhlicher Stimme. Mach aber den Sitz nicht allzu nass. Etwas stimmt hier nicht. Es ist Alice, kein Zweifel. Es kann nur sie sein. Doch wieso fühlt es sich trotzdem so falsch an? Wahrscheinlich bin ich nur müde und bilde mir etwas ein, aber nichts an ihr kommt mir irgendwie richtig vor. Ich starte den Wagen und drücke aufs Gaspedal. Langsam tuckern wir voran. Die Straße breitet sich weiter wie eine Schnur vor uns aus. Wir beide sitzen nur stumm da. Furcht und Paranoia bleiben die herrschenden Emotionen in mir. Ich sehe zu meiner Frau, nur um ihr von Schatten umhülltes Gesicht anzustarren. Sie blickt wortlos zurück. Ihre blauen Augen schimmern wie zwei Heiligenscheine zu mir. Ich reiße meinen Kopf wieder nach vorne und schlucke hart. Mein Atem wird schwerer und unkontrollierter. Mein Blut gefriert mir in den Adern. Ich kann ihren bohrenden Blick immer noch wahrnehmen, wie sie jede Pore auf meinem Gesicht untersucht und studiert. Doch keine Emotionen dringen von ihr hoch. Um sicher zu gehen, sehe ich sie nochmals kurz an. Das gleiche Blau. Sie hat gar keine blauen Augen. Sie sollten braun sein. Ich rutsche ein bisschen zur Seite, um einen größeren Abstand zwischen ihr und mir zu bekommen. Die Temperatur sinkt spürbar. Die Atmosphäre füllt sich mit dem Gestank von Tod. Ich blicke nochmals zu ihr, nur um vor lauter Schock das Lenkrad beinahe umzureißen. Ein verstörendes Lächeln breitet sich auf ihrem Gesicht aus, als wäre ihr Kiefer ausgerenkt. Ihr Kopf spaltet sich beinahe in zwei Teile. Aus ihrem Körper wachsen mehrere kleinere Gliedmaßen, die wie Raupen aus ihren Kleidungsstücken platzen, um nach mir zu schnappen. Knochen brechen, als es seinen Körper vergrößert und ausdehnt. Haut reißt wie Papier. Doch so schnell das alles auch passiert, so schnell verschwindet es auch wieder. Alles wieder normal. Scheinheilig normal. Nur ein grausiges Knacken ist zu hören als Beweis, dass ich es mir nicht nur eingebildet habe. Ich blinzle ungläubig. Alles sieht wieder normal aus. Sogar ihre Augen sind wieder braun. Nicht einmal ihre Kleider sind beschädigt. Als wäre nichts passiert. Alice lächelt mich auf die Straße. Gehetzt starre ich wieder nach vorne. Nichts, du siehst großartig aus. Kann man sich so viel einbilden? Fuck, 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 keuche ich in kurzen Intervallen immer wieder hinaus. Womit sitze ich hier zusammen, was sich als meine Frau ausgibt? Urplötzlich verstummt alles und hinterlässt diese Leere. Nur meine Gedanken in meinem Kopf sind zu hören und sie kommen mir zu laut vor. Doch diese Totenstille wird wieder unterbrochen. Mehr Knirschen neben mir. Es wird immer aggressiver. Ich will nicht nachsehen. Ich will dieses Wesen nicht noch einmal sehen. Es atmet mir ins Genick. Ich kann spüren, dass dieses Ding sich bereit macht, auf mich zu springen, um meine Gliedmaßen auseinander zu reißen, als ich aus dem Nichts aus Bremspedal drücke und es Frau neben mir. Da ist etwas vor uns, flüstere ich ungläubig. Ich schnalle mich ab und lehne mich näher an die Scheibe. Alice tut es mir gleich. Mein Puls explodiert beinahe. Es wirkt wieder alles so normal. Ich kneife meine Augen zusammen, um durch das verschwommene Glas zu sehen. Eine menschliche Silhouette liegt regungslos auf dem nassen Boden, im kalten Licht der Scheinwerfer. Sie liegt auf dem Bauch. Du hast sie doch nicht überfahren, schreit meine Frau hysterisch. Ich schüttle langsam den Kopf. Nein, da bin ich mir sicher, sie muss schon eine ganze Weile hier liegen. Immer noch unter Schock steige ich in den strömenden Regen. Etwas kommt mir zwischen ihrer Hände gepresst ist. Die orange Farbe reflektiert das Licht. Jeder Schritt bebt unter mir. Mein Körper fühlt sich schlapp an, als würde er jeden Moment zusammenbrechen. Ich zittere, doch es kommt nicht von der Eiseskälte. Ich beuge mich vor, um das Gesicht zu sehen. Es fühlt sich so abnormal an, als würde ich es durch die Augen eines anderen sehen, als wäre es ein Traum. Ich fasse den Körper an, um ihn umzudrehen. Alles in mir dreht sich. Angst fährt über mich hinweg wie ein Lastwagen. Die Bäume starren allwissend auf mich herab, als ich das Gesicht erblicke. Das Gesicht meiner Frau. In Panik starre ich zurück, um Alice zu sehen, die wohl gleich so erschüttert ist wie ich. Vorsichtig und so unauffällig wie möglich traue ich mich einen Schritt nach dem anderen zurück, um sie beide in meinem Sichtfeld zu haben. Wasser fällt in Kaskaden weiterhin auf uns herab. Der Himmel sieht mit seinen Wolken schrecklich organisch aus, als wäre er ein lebendes Ding. Doch bevor ich genug Entfernung zwischen uns bringe, schnappt etwas nach meinem Knöchel. Instinktiv reiße ich meinen Kopf in Richtung meiner Frau, nur um zu sehen, dass sie ihn nicht hätte greifen können. Voller Todesfurcht sehe ich herab zum Boden, nur um die vor Angst verzerrte Miene von der anderen Alice zu sehen. Ihre Hand hinterlässt einen roten Abdruck auf meiner Hose. Ich bin es, die andere ist falsch, krächt sie schmerzvoll heraus. Ich springe zurück und renne rückwärts, um von beiden einen sicheren Abstand zu bekommen. Sie blicken mich beide flehend an. Fuck, was soll ich tun? Es ist eigentlich logisch, dass die Frau, die auf dem Boden krabbelt, meine Alice ist. Wieso zögere ich dann noch? Wieso fühlt es sich immer noch so falsch an? Nein, glaub ihr nicht, wir müssen zurück ins Auto, kreischt die andere. Wer ist die Richtige? Du hast mir den Heiratsantrag in einem Café gemacht. Bitte glaub mir, sie weiß sicherlich nichts davon. Wie ein Betrunkener schwanke ich hin und her. Ich kann keinen klaren Kopf mehr bekommen. Wer ist wer? Alice mit dem Regenschirm sieht zu mir hoch. Wem soll ich vertrauen? Wem soll ich helfen? Ihre blauen Augen sehen mich eindringlich an, als sie mit vorgestreckten Armen nach mir greifen will. Die andere kauert sich verängstigt am Boden zusammen und formt irgendwelche Worte mit ihren Lippen. Ich lege meinen Kopf an die Schulter. Alice, dein Handy ist in deiner rechten Jackentasche. Beweise es mir und du bist die Richtige. Ohne zu zögern fuchteln beide in ihren Jacken herum und durchwühlen sie. So unauffällig wie möglich nähere ich mich dem Wagen. Fast synchron reißen beide gleichzeitig das identische Handy Pfützen spritzt auf als Schritte durch die Nachthallen. Beide blicken mir verdutzt hinterher bevor sie die Verfolgung aufnehmen. Doch zu spät. Ich hechte ins Auto und stieße die Türen so schnell wie ich es in keiner anderen Situation hätte machen können. Beide starren mir in die Augen. Ihre Gesichter mit Verrat gefüllt. Doch ich lasse mich nicht täuschen. Ich nehme das echte Ohr reicht. Wie eine schlecht animierte Puppe bewegt sich eine von ihnen vor. Schweiß tropft von meiner Stirn. Ihr Torso verformt sich und ihre Gliedmaßen spalten sich. Rot sprüht durch die Luft und färbt den Boden in diese intensive Farbe. Aus der anderen wachsen Arme wie Äste von ihr weg und verheddern sich miteinander, bis sie wie ein massives Etwas vor mir aufragt. Auch sie beginnt zu mir zu schwanken. Regen sprüht herum und die Scheinwerfer flimmern. Ich drücke mit voller Kraft aufs Pedal. Terror das einzige Gefühle mehr. Das Fahrzeug schleudert nach vorne und schlittert die Straße hinunter. Dunkelrotes fast schwarzes Blut spritzt gegen die Scheibe und vermischt sich mit dem Regenwasser als ich gegen einen Gestalt wandler krache. Ein Scheinwerfer geht aus. Gliedmaßen fliegen von ihr und prasseln auf das metallene Dach. Ihr Kichern und Gelächter dringt zu mir, vom Wind manipuliert und verändert. Ich blicke angespannt in den Rückspiegel, nur um diese deformierten Gestalten hinter mir verblassen zu sehen. Ihre gelben Augen leuchten wie Glühbirnen und bleiben das letzte Sichtbare von ihnen. Sie brennen sich in mir ein. Augen sehe. Erst nach ein paar Minuten bremse ich mit den Nerven am Ende ab und schreie ein paar wehklagende Minuten in die Nacht hinein. Ich versuche meinen Atem wieder zu beruhigen. Ich atme bewusst und schaue mich um. Mein Blick bleibt an einer dunklen Silhouette, die mit einem Seil von einem Ast baumelt hängen. Zweifeln steige ich aus, mit Tränen in den Augen. Alice starrt auf mich zurück. Ihre Mine in einem entsetzten Schrei erfroren. Haut wurde wie Rinde von ihrem Körper abgezogen. Jetzt blutet sie wie ein geschlachtetes Tier am Seil aus. Ich will schreien, doch zwinge es mich nicht zu tun. Der Schmerz in mir brennt wie ein Inferno. Ich steige so schnell wie möglich wieder ein. Jeder Moment außerhalb des schützenden Fahrzeugs fühlt sich für mich lebensgefährlich an. Der pure Wille zu überleben lodert in mir. Wenn ich Empfang bekomme, dann muss ich sofort die Polizei anrufen. Jetzt muss ich einfach nur hier weg, hier raus, fort von dieser verkrüppelten Straße. Doch je weiter ich fahre, desto verzweifelter werde ich. Ich habe das Gefühl, ich kann gar nicht entkommen, soll gar nicht entkommen. Woher Empfang bekomme? Vielleicht auch, weil immer mehr erhängte fleischige Formen erscheinen, die kaum noch Menschen ähneln, so verwittert und verfraut sind sie. Es kann auch an den liegen gebliebenen Autos liegen, die immer öfter vor und neben mir auftauchen, als lange ich das noch aushalten kann. Kann ein Mensch so etwas überhaupt überdauern? Die Stimmen klingen so sehr nach meiner Frau. So sehr. Ich erwachte in einem Haus ohne Ausgang. Ich wache mit einem pochenden Schmerz im Kopf auf, der langsam ins Nichts abklingt. Immer noch etwas benommen öffne ich meine Augenlider und starre die weiß verputzte Decke über mir an. Das grelle Licht blendet meine Augen, was dazu führt, dass ich mehrmals blinzeln muss. Als ich wieder halbwegs normal sehen kann, setze ich mich aufrecht auf den Boden und starre die hölzerne, weiß angestrichene Tür vor mir an. Der goldene Türknauf funkelt im Licht der einzigen von der Decke baumelnden Lampe. Immer noch wackelig auf den Beinen stehe ich auf und ich hätte mich sicherlich an Ort und Stelle übergeben, wenn ich es nicht rechtzeitig runtergeschluckt hätte. Ich trete einen Schritt vor, als plötzlich ein nervtötendes Rascheln ertönt. Ich senke meinen Kopf und bemerke sofort die unzähligen Plastiktüten, die über den ganzen Parkettboden verstreut herumliegen. Ich hebe eine Tüte vor mir auf und betrachte sie näher. Sie besitzt keine Beschriftung oder der gleichen, also ist es unmöglich festzustellen, was ihr damaliger Inhalt gewesen sein könnte. Ich kratze mir das Kinn und versuche wieder einen klaren Kopf zu bekommen. Ist das mein Haus? Warum kann ich mich an kein Detail vor meinem Erwachen erinnern? Es ist, als ob jemand die Speicherplatte aus meinem Gehirn entfernt hat und sie zusätzlich verbrannte, damit ich versuche ich den Raum um mich herum. Es ist kein Mobiliar, geschweige denn, ein Fenster zu sehen. Ein Schalter, um das Licht an- und auszuschalten, ist auch nicht vorhanden. In einer Ecke stapeln sich leere Dosen, ebenfalls ohne Beschriftung, aber ich gehe stark davon aus, dass da etwas Essbares drinnen gewesen ist. Ich wage es noch einen Schritt voranzugehen, rutsche aber beinahe aus, als ich auf einem Besen trete. Kurz verfluche ich dieses Stück Holz mit Haaren und nähere mich der Tür. Ein kräftiges Rütteln am Türknauf bestätigt meine schlimmsten Befürchtungen. Sie wurde verschlossen und sie scheint kein Deut nachzugeben, als ich mit kräftigen Tritten dagegen trete. Schnaufend setze ich mich auf den knarzenden Boden und gerate ins Grübeln. Also ist das hier nicht mein Haus. Ich sehe keinen Grund, warum ich mich in einen Raum einsperren sollte, außer etwas lauert auf der anderen Seite. Doch selbst für solch einen Fall würde ich wohl einen Schlüssel zum Entsperren der Tür haben, den ich jetzt nicht besitze. Haben mich Kidnapper hier eingesperrt, damit sie später ein saftiges Lösegeld einfordern können? Das hier ist für mich die einzige mögliche Erklärung. Doch ich schüttel verneinend den Kopf. Wahrscheinlich liegt der Schlüssel nur unter einer dieser Tüten oder hinter einer Dose versteckt. Und mein Gedächtnis habe ich verloren, weil ich ausgerutscht bin und meinen Kopf anstieß. Ja, diese Erklärung ist viel logischer. Langsam beruhige ich mich wieder und schnappe mir den Besen, über den ich vorhin beinahe stolperte. Behutsam kehre ich alles sauber in eine gegangenen Schlüssel. Für mehrere Minuten halte ich Ausschau und drehe jede Tüte mehrmals um. Aber je länger ich suche, desto mehr Unruhe breitet sich in mir aus. Nach einer halben Stunde gebe ich verzweifelt auf. Hier gibt es nichts, um diese verdammte Tür zu entsperren. Schlapp und frustriert lasse ich mich diesem Ort komisch vor. Vielleicht, weil ich erst jetzt bemerke, dass ich in graue Arbeitskleidung stecke. Aber was weitaus erschreckender ist, ist das Fehlen jeglicher Geräusche. Ich lausche noch eingehender als zuvor, aber ich kann keine weiteren Töne ausmachen. Mein Atem und das Klopfen meines Herzens kommen mir vollkommen viel am Platz vor. Mir kommt es generell so vor, als ob ihr kein Lebewesen erlaubt wäre. Nur das Knarzen und Krächzen der Dielen unterbricht diese unangenehme Stille. Ich muss mich hier mitten im Nirgendwo befinden. Ratlos, in welcher Situation ich mich wohl befinde, lege ich mich auf den Boden und schließe resigniert meine Augen. Jetzt will ich mit behutsam und vorsichtig auf schwinge. Scharniere fangen an zu quietschen, als sich der Spalt vor mir vergrößert und immer mehr vom Raum gegenüber offenbart. Letztendlich stehe ich im offenen Türrahmen und untersuche mit misstrauischem Blicken die vollkommen unbekannte Gegend. Ein hölzerner Tisch mit dazugehörigen Stühlen steht mitten im Raum, während sich rechts von mir eine Küche inklusive Kochinsel erstreckt. Links in der Ecke verweilt ein alter ledriger Sessel, der beinahe als Staubfänger durchgehen könnte. Direkt vor mir betrachte ich zwei weitere Türen, eine in einem aggressiven Rot gestrichen und daneben eine in bläulicher Farbe. Bei beiden fehlt der dazugehörige Türgriff. Ich drehe mich nach rechts und bemerke eine weitere Tür. Diese besitzt den gleichen goldenen Türknauf wie die letzte. Vorsichtig nähere ich mich ihr und öffne sie. Der Raum vor mir entpuppt sich als ein Badezimmer mit einer seltsamen modernen Toilette am anderen Ende des Raumes, gleich daneben eine Dusche, die auch ein neueres Modell sein könnte. Das Waschbecken sieht aber im Gegensatz zu den restlichen Sanitärgeräten unpassend altmodisch aus. Ich wende mich vom Badezimmer ab und betrete wieder den Ess- und Wohnbereich, als sich meine Augen vor lauter Unglauben weiten. Schweiß rinnt mir von der Stirn, als ich die Haustür neben der Küche betrachte. Sie war vor einigen Momenten sicherlich nicht da. Oder hat sich mein Verstand nur etwas eingebildet? Wahrscheinlich habe ich die Haustür nur übersehen. Immer noch fassungslos nähere ich Seite zu erkennen. Mit feuchten Händen lege ich meine Hand um den Griff und drücke ihn nach unten. Aber sie lässt sich nicht öffnen. Energisch rüttle ich noch stärker an der Haustür und schlage meine Fäuste gegen die Glasscheibe, die unter dieser Wucht leicht vibriert. Diese letzte Barriere hält mich von meinem Entkommen ab. Vielleicht kann ich das Glas mit einem der Stühle einschlagen. Ich starre nochmals vergeblich durch die verschwommene Scheibe, als sich ein komisches Gefühl in meinem Magen ausbreitet. Ich reiße meine Augen vor lauter Terror und Überraschung auf, als plötzlich eine schwarze Silhouette auf der anderen Seite auftaucht. Ich stolpere rückwärts auf den Boden, aber rapple mich sofort wieder auf. Durch das Glas sind nur schwarze ungenaue Umrisse zu erkennen, aber es reicht, um die Person dahinter auszumachen. Die Gestalt hebt einen Arm und klopft gegen die Haustür. Ein dumpfes Pochen, das durch das ganze Haus dröhnt. Instinktiv trete ich mehrere Schritte zurück und verstecke mich hinter der Kochinsel. Ich halte meinen Atem an und warte ab. Mein ganzer Körper wurde in Alarmzustand versetzt, als pure Angst über mich hinweg strömt. Ich zähle bis zehn, als ich meinen gesamten Mut zusammennehme und über die Kante luge. Die Person ist verschwunden. Ich probiere mich zu beruhigen, aber ich fühle mich immer noch nicht sicher. Irgendein Gefühl sagt mir, dass es sich hierbei um meinen Entführer handelt. Aber ich verstehe nicht, warum er nicht einfach eingetreten ist. Denn er als Hausbesitzer muss doch einen Schlüssel haben, oder? Angespannt starre ich die Tür für mehrere Minuten an, ohne meinen Blick davon abzuwenden. Nach einiger Zeit entspanne ich mich wieder und gehe durch das Haus, aber immer noch mit einem gewissen Grad von Vorsicht. Jedes krächzender Holzdielen könnte sein Ankommen ankündigen. So doof es auch klingen mag, aber nach kurzer Zeit fühle ich neben der Nervosität auch so etwas wie Unlust, Antriebslosigkeit, Langeweile. An diesem Ort gibt es keine Unterhaltungsmöglichkeit und Hunger oder Durst habe ich auch nicht. Ich bleibe bewegungslos stehen und denke nochmals über meine Worte nach. Hunger oder Durst habe ich auch nicht. Und das seit März einem Tag. Hier stimmt eindeutig etwas nicht. Ich setze mich auf den Ledersessel und denke besorgt darüber nach. Für mehrere Minuten verharre ich auf dem Sessel, ohne dass mir eine sinnvolle Erklärung einfällt. Nur eine Theorie scheint zu allem hier zu passen. Aber ich muss selbst darüber grinsen. Dumme Ideen kann man manchmal bekommen. Etwas besser gelaunt schnappe ich mir den Besen und kehre sämtlichen Dreck vom Boden. Täter ich das nicht, würde ich vor Stumpfsinn wohl irrsinnig werden. Gleichzeitig untersuche ich die Glühbirnen, die das Haus beleuchten. aber ich kann nirgendwo einen Lichtschalter finden. Die zweifarbigen Türen bleiben nicht passierbar, auch wenn ich hinter der roten Tür ein fernes, kaum hörbares Schreien vernehmen kann. Im Badezimmer habe ich einen Mülleimer gefunden, wo ich den ganzen Staub und den restlichen Unrat aus dem Raum, in dem ich erwachte, zusammentrage. Nachdem ich das letzte Stück Abfall in den Mülleimer befördert habe, schlurfe ich antriebslos zum Sessel. Ich schließe meine Augen und fange umgehend an zu schlafen. Ich reiße meine Lider auf und falle vom Sessel, als ein ohrenbetäubender Schrei durch das ganze Haus bebt. In Panik geraten werfe ich einen Blick durch den Raum, aber ich kann nichts sehen. Die Glühbirne wurden abgestellt. Pure Finsternis umhüllt mich wie eine dicke bereit auf alles, was eine Gefahr darstellen kann, einzuschlagen. Dielen knarzen um mich herum, aber ich kann den Ursprung nicht ausmachen. Angst bleibt die vorherrschende Emotion in meinem Körper, als plötzlich ein stechender Schmerz durch mich hindurch fährt und ich auf die Knie falle. Unfächer, was dagegen zu tun, kauere ich mich zusammen. Eine weiche, sonore Stimme flüstert mir Hausmeister, du hast deine Aufgabe für heute erledigt. Setz dich hin und schlafe. Ruhe dich aus. Das sind die letzten Worte, die ich vernehmen kann, als mir schwarz vor Augen wird. Ich erwache mit einem schrecklichen metallischen Sirren im Kopf, was nicht mehr verstummen will. Benommen versuche ich wieder auf die Beine zu kommen und schwanke wie ein Betrunkener hin und her. Tränen rinnen mir über mein errötetes Gesicht. Die extreme Hitze ist kaum zu ertragen. Schweiß tropft mir wortwörtlich vom Gesicht auf einen Zettel mit einem auffällig großen Wort darauf geschrieben. Arbeite Ich versuche mich durch das undurchsichtige Zwielicht zu tasten, rutsche aber beinahe auf einer Flüssigkeit aus. Ich greife nach unten und ziehe einen Finger durch die dicke Flüssigkeit. rot und dick flüssig. Instinktiv ist mir klar, dass es Blut sein muss. Arbeite schießt es mir durch den Kopf. Ich sollte das hier aufräumen. Hastig krabbele ich auf allen Vieren auf der Suche nach meinem Besen. Umgeschickt stolpere ich durch den Küchenbereich bis meine Hände einen hölzernen Stab streifen. Ich klammere mich so verzweifelt an ihn wie an ein Seil, das mich wieder zurück an ein rettendes Ufer zieht. Mich am Besen abstützend finde ich allmählich wieder richtigen Halt, obwohl meine Knie sich immer noch wie warmes Gummi anfühlen. Vorsichtig bahne ich mir meinen Weg zurück zur Blutlache, in der Ferne sind Schreie zu hören. Ich versuche sie zu ignorieren. Ich gehe in die Hocke und kratze das vor lauter Hitze das Blut hinein befördern, als aus dem Nichts die Lichter mit einem lauten elektrischen Zischen wieder flackernd zum Leben erwachen. Mir stockt der Atem, als ich das wunderschöne und bezaubernde Gelächter eines Kindes höre. In meinem ganzen Leben habe ich noch nie so ein wundervolles Lachen voller Lebensfreude und Energie gehört. Ich kann nicht anders als selbst kurz zu lachen, während eine noch nie dagewesene Freude in mir aufsteigt. Für einige Minuten bleibe ich starr dort stehen, voll schöner Gedanken und Hoffnung. Aber auch dieses Gefühl verfliegt wieder und hinterlässt ein noch größeres Loch voller Unbehagen und Sorge als zuvor. Meine Theorie bewahrheitet sich. Ich habe gehofft, dass das alles hier nur ein schlechter Traum sei. Aber es ist viel mehr als das. Das hier ist der Tod. Das zweite Leben, was man entweder im Himmel oder in der Hölle verbringt. Blau oder rot. Die himmelblaue Tür oder die feuerrote. Das erklärt auch, warum dort keine Griffe zu finden sind. Diese zwei Türen sind nur für die Verstorbenen, nicht für mich. Nicht für den Hausmeister, der diese Ebene zwischen den beiden Welten intakt und sauber hält. Deswegen habe ich weder Hunger noch Durst. Mein ganzer Körper zittert vor lauter Einsicht und Unglauben. Und diese Schreie waren von den Verdammten, die in das Inferno geschleppt wurden. Also ist der Mann, der zu mir sprach, der Tod höchst persönlich. Mein Atem wird schwerer und langsamer. Ich will mit dieser Wahrheit nicht weiterleben. Das ist zu viel für mich. Ein lautes Klopfen dröhnt durch meine Knochen, als jemand gegen die Haustür hämmert. Sofort sprinte ich zur Schublade, die die ganzen Reinigungsmittel beinhaltet und nehme mir gleich das Krasseste heraus. Irgendein Spezialreiniger für Böden, dessen Firmenlogo ich nicht erkennen kann. Mit zitternden Händen öffne ich den Verschluss, als mir ein beißender Geruch in die Nase steigt. Eine tiefe und warme Stimme erklingt von der anderen Seite der Tür. Hausmeister, mach auf, lass mich eintreten, du, du darfst dich nicht erinnern. Das Klopfen wird schnell zu einem Haus erbeben lässt. Mit Tränen in den Augen starre ich die durchsichtige Flüssigkeit im Behälter an. Schweiß tropft mir über das Gesicht, als ich die Öffnung an meinen trockenen Mund halte. Zum letzten Mal schließe ich meine Augen und nehme einen tiefen Schluck. Genau in diesem Moment bricht die Tür auf, aber es ist zu spät. Ein brennender Schmerz bahnt sich den Weg durch meinen Hals und mein Kopf fängt an unerträglich hart zu pochen. Ich verliere das Gleichgewicht und falle auf den Parkettboden, fühle aber kaum etwas vom Aufprall. Es fühlt sich eher an, als würde ich auf ein sanftes Kissen fallen, das mich aufhängt. Ein leichtes Lächeln gleitet über meine Lippen, als ich in einen tiefen Schlaf sinke, die Stimme des Todes immer weniger deutlich hörend. Lieber sterbe ich, als einen Tag länger hier zu verbringen. Ich wache mit einem pochenden Schmerz im Kopf auf, der langsam ins Nichts abklingt. Immer noch etwas benommen, öffne ich meine Augenlider und starre die weiß verputzte Decke über mir an. Ich kann mich an nichts mehr erinnern. Schmerz Schmerz